Wir wollen sprechen über den fünften Spieltag in der Bundesliga der Frauen. So einiges ist passiert. Ich bin froh, dass ich hier zwei tolle Gäste habe, mit denen ich alle Partien durchgehen kann. Einmal Frank Seidel vom Adler-Podcast und Adlerinnen-Podcast und Alina Ruprecht mit Herausgeberin vom sehr empfehlenswerten Buch Fußball der Zukunft. Jetzt geht's los. Ich hab keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwore, es ist das klasse Gefühl, was man haben kann. Alles zur Bundesliga der Frauen. Frank, habe ich gerade die Hosen unterschlagen? Frank Hosenseidel? Ich dachte mir gerade, aber ich kenne einen Frank Seidel, daher war das so in meinem Kopf. Es tut mir leid, Frank Hosenseidel natürlich. Schön, dass du hier bist. Völlig cool. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ja für Verkürzung, das ist effizient. Ja, schau mal mal. Ich freue mich wieder, hier sein zu können. Ja, schön, dass du hier bist. Das war jetzt ein lustiger Effekt, weil während des Intros, dass ich mir irgendwie, irgendwas war da jetzt gerade falsch. Es war zu kurz, aber gut. Jetzt haben wir es ja ausgeräumt und schön, dass Alina wieder mal hier ist. Zum ersten Mal seit Dezember 2023 haben wir kurz vor der Sendung noch rausgefunden. Alina, schön, dass du es mal wieder geschafft hast. Ja, auf jeden Fall. Long time no see, umso besser wieder dabei zu sein. Aber wirklich. Und das aber an einem Spieltag mit drei 1 zu 0 Ergebnissen. Es gab schon torreichere Partien. Wie war so, Alina, dein Gesamteindruck vom Spieltag? Also der heutige. Am Montag war dann doch ein bisschen zäh, wie auch ein paar andere Spiele diese Runde. Aber trotzdem, es waren viele überzeugende Teams dabei, auch überzeugender Fußball, tolle Spiele. Und man sieht schon, dass in der Frauen-Mundesliga, dass sich einiges getan hat, dass die Teams immer näher zusammenrücken, dass die Qualität weiterhin nach wie vor sehr, sehr hoch ist und für jeden, was dabei ist. Frank, wie fandst du es? Kann ich unterschreiben. Ich fand, es gab ein paar Spiele mit parallelen Spielverläufen tatsächlich. Das fand ich dann wiederum spannend, während die Spiele selbst ein bisschen hartleibig waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also da waren ein paar Partien dabei, die sehr stark auch davon geprägt waren, Gegentore zu vermeiden. Das ist dann nicht immer sehr ansehnlich, ist natürlich taktisch immer ganz cool. Und da hatten wir gefühlt so zwei oder drei dabei. Und insgesamt fand ich den Spieltag, aber das muss ich natürlich als Frankfurt-Fan sagen, grandios, keine Frage. Ja, okay, gut. Das ist ja völlig klar. Und alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die haben jetzt schon so einen leichten Gedanken, wie es vielleicht für Eintracht Frankfurt gelaufen sein könnte. Auflösung dann später in der Sendung. Aber wir beginnen mit einem anderen Spiel, denn wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch. Das heißt, wir müssen mit Turbine Potsdam beginnen. Und die durften antreten oder mussten antreten beim SC Freiburg. Und schon in der sechsten Minute lag man dort mit 0 zu 1 zurück. Es war ein wunderbarer Spielzug des SC. Sikai passt auf Schasching, die steckt diagonal auf Sikai, die wiederum zurück auf Schasching passt, die durchgelaufen ist und nur noch einschieben muss zum 1 zu 0. Hört sich jetzt sehr kompliziert an, wenn man das mit Worten beschreibt. Schaut euch einfach die Highlights an von diesem Spiel. War wirklich ein schöner Treffer. Und es gab schon vorher eine Situation, in der ein Diagonalball von Sikai auf Martinez gefährlich ankam. Also das war ein Muster, was sich wiederholt hat auf Seiten des SC. Dann verpasst Schmidt eine Flanke von Domaschnur knapp. Sikai scheitert mit einem Schuss an Fischer. Die pariert dann auch super gegen Martinez. Und in der 24. Minute gibt es eine Ecke, die bringt Wobian von rechts nach innen. Sikai köpft aufs Tor. Der Ball wird noch abgefälscht und trudelt neben dem Pfosten ins Tor zum 2 zu 0. Danach gibt es wieder ein paar Paraden von Vanessa Fischer. Und dann ist Halbzeit. Lindner und Hahn kommen zum Schuss, bleiben aber ungefährlich in der zweiten Hälfte. Kempel köpft aus spitzen Winkeln am leeren Tor vorbei. Und in der 80. Minute fällt dann aber die schlussendliche Entscheidung. Sikai bekommt vom rechten Flügel den Ball, sie zieht nach innen parallel zum Strafraumrand und schlenzt den Ball aus vollem Lauf wunderbar an den linken Innenpfosten. Vorher hatte sie mit ihrem Pressing den Ballverlust von Potsdam vorbereitet. Und so gewinnt eben der SC Freiburg mit 3 zu 0 zu Hause. Aus Potsdamer Sicht wiederum haben wir nach fünf Spielen die fünfte Niederlage bei 0 zu 16 Toren und tatsächlich den ersten Trainerwechsel in dieser Saison. Sowohl Teamchef Dirk Heinrichs als auch Cheftrainer Marco Gebhardt wurden ihrer Ämter enthoben und aktuell befindet sich die Turbine noch auf TrainerInnen-Suche. Frank, wenn man mal jetzt dieses Spiel hier als Grundlage nimmt, kannst du das nachvollziehen, dass man bei der Turbine da den Stecker gezogen hat? Kann ich hundertprozentig. Also zum einen haben sie ja auch geschrieben, sie sind natürlich dem Trainerteam sehr dankbar, dass sie den Wiederaufstieg direkt geschafft haben. Ich finde, das ist auch eine Leistung, die sollte man nicht einfach so wegwischen durch den Wechsel, weil das war was, was ich definitiv nicht erwartet habe. So klar wie sie abgestiegen sind in der Vorsaison, hätte ich gar nicht erwartet, dass sie überhaupt direkt wieder diesen Schwung kriegen, um hochzukommen. Insbesondere, weil es ja auch über Sponsoren, über das Management insgesamt sehr viel Unruhe gegeben hat bei der Turbine. Und so gesehen finde ich es unheimlich schade, aber ich kann es am Ende nachvollziehen, wenn du ohne Punkte, ohne jedwede Tore und mit einer miserablen Tordifferenz in der Saison, wo nur einer absteigt, auf dem letzten Platz stehst, wirst du halt so eine Entscheidung treffen müssen zu einem frühen Zeitpunkt, weil es sind halt nur 22 Spiele am Ende. Aber andererseits, was war denn zu erwarten? Also vielleicht nicht nur zu 16 Tore, aber ich meine, da kann man jetzt auch von dem Spiel losgehen. Alina, würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Also wenn man sich den Kader anguckt von Potsdam und jetzt die bisherigen Spiele und eben jetzt nicht nur dieses Spiel in Freiburg, dann sieht man ja auch bei allem, was da versucht wird, es gibt eine klare Unterlegenheit auf individuellen Positionen. Ja, definitiv, wie du es schon gesagt hast, Frank, Zweite Liga war sehr umkämpft und umso besser, dass sie es dann hoch geschafft haben. Aber es wird natürlich schwer, sich unter diesen Bedingungen noch im Oberhaus zu halten. Also man sieht es ja, dass Potsdam über weite Strecken natürlich bemüht ist und einfach auch mal phasenweise dagegen halten kann. Aber dann fehlt es eben an den Toren, es fehlt an der Durchsetzungskraft, an der Offensive. Die Defensive fällt dann viel zu schnell auseinander. Allein Vanessa Fischer kann nicht diese Niederlagen verhindern oder auch andere Torhüterinnen, die sich dadurch ausgezeichnet haben bei Potsdam. Sponsoring ist es viel zu viel Neues um das Team herum, also abseits vom Platz, also mit dem ganzen Management wechseln. Dann wird jede Spielerin von einem anderen Sponsor unterstützt. Das wirft dann doch Fragezeichen, auf wie es da eigentlich bei Potsdam läuft und ob diese Nebengeräusche nicht einfach doch irgendwie zu viel sind, ob das Team aufgrund der ganzen Historie, der ganzen Ohren, wo nicht einfach unter zu viel Druck steht, einfach teilweise mutlos dann agiert in den Spielen, wenn nichts vorangeht, dass sie dann schnell auch die Kraft verlieren. Also das zeichnet dann doch ein sehr fragwürdiges Bild aktuell von Potsdam leider. Wobei ich zugeben muss, sie spielen ja schon einen mutigen Fußball und du siehst ja auch in vielen Szenen, dass die Klasse da ist, die individuelle Klasse dann eben in dem einen oder anderen Fall. Aber das Problem an der Sache, das Kollektiv funktioniert in meinen Augen nicht. Und das ist schon ein bisschen ein Sinnbild für den ganzen Verein leider, weil, nochmal, ich meine, sie tun ja wirklich alles. Sie schicken ja sogar die Bundeswehr auf den Platz. Also mehr kannst du ja nicht machen. Aber das ist natürlich ein Trauerspiel, wenn du zu solchen Mitteln greifen musst, um überhaupt irgendwelche Sponsorengelder oder sowas zu kriegen. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Das Ganze drumherum kann ja gar nicht richtig funktionieren, wenn du von Tag zu Tag mit existenziellen Problemen zu kämpfen hast. Wie willst du denn dann in dem Verein eine klare Ausrichtung hinkriegen und eine klare Ruhe reinkriegen, die dann auch aufs Team abstrahlen kann? Was du natürlich machen kannst, wenn du ein stabiles Umfeld hast. Und das hat Potsdam halt überhaupt nicht. Ja, aber ob es da jetzt hilft, da nochmal nicht nur den Trainer, sondern eben auch Dirk Heinrichs, also eine echte Ikone auszutauschen, das ist schon eine Frage, die man stellen kann. Ich meine, Turbine ist mit dem Rücken zur Wand, so sind sie im Grunde schon in die Liga reingekommen. Aber wenn man dann eben dann aufs Spiel zurückkommt, ich finde, du hast schon gesehen, klar gibt es da deutliche Probleme. Und im Grunde kann Freiburg, in der ersten Hälfte muss eigentlich Freiburg das Spiel schon dicht machen. Also Martinez muss eigentlich das 3 zu 0 machen und dann ist diese ganze Nummer vorbei und wir brauchen nicht bis zur 80. Minute warten. Aber auf der anderen Seite hast du auch gesehen, es gab schon immer wieder Momente, in denen sich die Turbine bis ins Angriffsdrittel vorgespielt hat, relativ gut nach vorne gespielt hat, aber es entstehen halt sehr wenige Torchancen daraus. Und das ist natürlich auch etwas, was beim Trainer liegt. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, dass man, wenn man fünfmal wechselt, auch damit signalisiert, es ist immer noch nicht die erste Elf gefunden, die Trainer Gibhardt als am besten einschätzt. Und mit Dommas war auch eine Spielerin mit dabei, die wurde dann ja auch wieder ausgewechselt, die deutliche Probleme mit Sikai und Martinez hatte. Das gehört mit dazu. Also du kannst sportlich Argumente dafür finden. Aber ich fand, dass im Vergleich zu anderen Spielen von der Turbine, und du wirst dich ja zum Beispiel noch ans Heimspiel gegen die Eintracht zum Beispiel erinnern, Frank, fand ich diesen Auftritt von Turbine Potsdam nicht so schlecht. Nee, war einer der Besseren. Gemessen an dem was möglich ist. Genau. Und jetzt wollen wir halt auch Freiburg mal loben und nicht nur sagen, dass Potsdam schlecht ist. Also man muss mal ganz schlecht, also schlicht auch sagen, dass Freiburg erinnert mich eher, das haben wir ja auch so in den Vorgeplänkeln ein bisschen ausgetauscht, dass Freiburg erinnert mich eher an das von vor zwei oder drei Jahren, wo sie wirklich auch einen guten Lauf hatten, wo sie eine starkere, eingespielte Mannschaft hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Trio oder insbesondere das Duo Martinez-Sikai auf dem Platz ist halt schon eine Wucht, die du auch erstmal ausschalten musst. Ich glaube, da kriegt jeder im Zweifelsfall Probleme damit. Und das sehen wir ja auch. Freiburg spielt ja nun mal sehr erfolgreich. Das Spiel gegen Leverkusen werden wir nochmal zu sehen bekommen. Und da werden wir mal sehen, wie das dann am Ende des Tages ausgeht. Also ich glaube, Freiburg ist so ein bisschen das Essen der letzten Saison. Das war so mein Take im Vorfeld, ne? Unser Take. Ja, ja, genau. Was man bei Freiburg auch dazu sagen muss, ist, dass die Defensive es unglaublich gut macht. Also um Stirli, Fobian ist dann eher mehr so vorne im Mittelfeld, aber Steuerwald, Stirli, die machen das auch fantastisch da hinten und helfen auch, glaube ich, wirklich entscheidend beim Spielaufbau mit, dass dann eben auch vorne das Duo so glänzen kann. Also ich bin ja bekannt als etwas Freiburg-skeptisch, gerade was die Defensive angeht. In diesem Spiel aber kann man das definitiv so sagen. Da gab es einige gute Aktionen. Und generell fand ich das Spiel aus taktischer Sicht auch interessant, weil es war 4-4-2 gegen 4-4-2, beides flach. Und dann gewinnt in der Regel oder dann spielt sich in der Regel das Team mehr Chancen heraus, dass es schafft, die Zwischenräume zu erreichen und die diagonale Passwinkel sich aufbaut. Weil eben in der Regel hat jede Gegenspielerin eine klare Zuordnung und dann musst du eben irgendwie in die Zwischenräume kommen oder eben diagonal reinspielen können. Und das hat tatsächlich Freiburg von Beginn an sehr gut gemacht. Und sie haben Oyukwu immer wieder in den Spielaufbau zurückfallen lassen. Das heißt, sie hatten auch null Stress mit Pressing von Potsdam, was Potsdam hin und wieder probiert hat. Aber dann haben immer 2 gegen 3 gepresst und das war zum Scheitern verurteilt. Und im Grunde, ich glaube, in der vierten Minute gibt es den ersten Diagonalball von Zikai aus einer zentralen Position auf den Flügel, wo sich Martinez hat hinfallen lassen. Und das sind genau solche Pässe. Die musst du spielen gegen 4-4-2, weil dann muss eben der Gegner ständig verschieben. Das hat Freiburg in diesem Spiel wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und deswegen dann auch verdient gewonnen. Also da sind wir wahrscheinlich uns alle einig. Auch in der Höhe, würde ich sagen. Also wie gesagt, Zikai hat sowieso einen Sahnetag gehabt ohne Ende. Und die hat das Spiel ja schon fast alleine entschieden, letztlich. Und interessante Statistik, Funfact zu diesem Spiel. Annabelle Schascheln, eigentlich gutes Spiel gemacht, kein einziger ihrer Zweikämpfe gewonnen. Das sieht man mal, wie die Statistik trüben kann. Also wenn sie mal in den Zweikampf musste, meist hat sie ja Freiburg vermeiden können, in den Zweikampf gehen zu müssen, dann hat sie ihn tatsächlich verlieren. Ganz viele auch davon in der Luft. Aber insgesamt ein gutes Spiel und ein vielversprechender Start von Freiburg. Die stehen damit auf Rang 5 mit 10 Punkten jetzt, haben erst einmal verloren. Und das war eben das Spiel gegen Leverkusen, das vermutlich nachgeholt wird. Ich hoffe, dass wir da bald jetzt Gewissheit haben, ob jetzt der Einspruch von Leverkusen da noch irgendetwas verändert. Es nervt, das immer so mit dazusagen zu müssen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es für den SC Freiburg jetzt dann nach Frankfurt geht. Da wird natürlich Frank ganz genau drauf schauen. Danach spielt man zu Hause gegen Leipzig in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Also sollte das jetzt nicht so weitergehen mit der ungeschlagenen Serie vom SC, dann wundert euch nicht. Es ist vielleicht dann doch auch an den Gegnern begründet. Und auf der anderen Seite haben wir die Turbine, die jetzt dann zu Hause gegen die SGS Essen antreten wird. Die gute Nachricht für Potsdam ist, es ist nur ein Punkt Rückstand, sowohl auf Köln als auch auf Jena. Über die werden wir gleich sprechen. Die schlechte Nachricht, man braucht einen neuen Trainer. Und steht eben in dieser weiter sehr, sehr turbulenten Zwischenphase, in der man eigentlich von Sponsor bis Trainer nichts hat und improvisieren muss. Aber irgendwie kennt das ja die Turbine auch schon. Wir werden beobachten, wie sie damit umgehen können. Dann wollen wir als nächstes sprechen über den 1. FC Köln. Der hat eben einen Punkt und liegt wegen des schlechteren Torverhältnisses noch hinter Jena. Und damit, Alina, sprechen wir auch über das Spiel des FC Bayern. Denn der FC Bayern hat zu Hause Köln empfangen und sich unheimlich schwergetan. Es gab einzelne Chancen für Lea Schüller, die mal vor Osigus, für die für die angeschlagene Paula Hoppe eingesprungen ist, aufgetaucht ist, aber ihren Schuss nicht gut platzieren kann. Damjanovic hatte eine Chance freistehend, aber auch Groß musste mal gegen Bienz parieren. Schüller schießt einmal noch mal kurz vor der Halbzeit über das Tor und nur ein Treffer gelingt dem FC Bayern. In der 71. Minute setzt sich die eingewechselte Clara Bühl rustikal im Zweikampf durch und schießt vom linken Strafraum-Eck und ihr Schuss rutscht an Osigus vorbei. Ins Tor sah nicht unhaltbar aus, ist aber auch schwierig zu bewerten, weil so viele Kameraeinstellungen gab es jetzt nicht, um da eine genauere Bewertung vorzunehmen. Es gab noch einen 3 gegen 1 Konter, da hätte Bayern noch auf 2 zu 0 erhöhen müssen eigentlich, aber den haben Hader und Schädler nicht gut ausgespielt. Warum hat sich denn der FC Bayern so schwergetan gegen den FC? Weil der FC das über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht hat. Also sie sind sehr oft im bayerischen Strafraum aufgetaucht, vielleicht öfter, als man gedacht hätte, das Ganze ist natürlich ein Arbeitssieg gewesen, aber auch ein unerwarteter, wenn man auch an vergangene Begegnungen zwischen Bayern und Köln denkt. Letzte Saison auswärts in Köln, dann 5-0. Ich glaube, da hat man mit einem anderen Ergebnis oder mit einem anderen Gegner gerechnet, also wie der Gegner sich aufstellen würde. Aber da ist genau auf die Schwachstellen bei Bayern gegangen. Da war ja auch viel mit personellen Umstellungen, dass zum Beispiel die Abwehrchefin gefehlt hat, beziehungsweise die ganze Stamm-Minn-Verteidigung war in dem Spiel nicht da. Weil Claudius Pellevigo, der ja rot gesperrt ist. Und auch im Mittelfeld hat natürlich eine wichtige Spielerin mit Sarah Zadra Ziel gefehlt. Aber natürlich ist man trotzdem bei Bayern so personell aufgestellt, dass man sowas abfangen muss. Aber natürlich hat sich dadurch die Startaufstellung, die konkrete Formation ein bisschen geändert gehabt. Und das hat sich Köln auf jeden Fall, davon haben die auf jeden Fall profitiert, haben es Bayern unglaublich schwer gemacht, haben sich ganz viele Räume erlaufen. Also waren auch oft am Ball, sind in die Duelle gegangen, waren wirklich mutig. Und ich glaube, das hat dann Bayern schon auch ein Stück weit überrascht. Und dann hat man auch entsprechend die Wechsel vorgenommen. Und dann eben Clara Bühl eingewechselt. Ich stand hinter dem Tor bei dem Tor. Und ich glaube, das Ding war, dass Osigus dachte, das Clara Bühl noch ablegt. Und nee, aber das war ein wichtiges Tor, Tor des Willens. Und das war ein sehr, sehr seriös Spiel und hat auch gezeigt, dass man das Bayern schwer machen kann und dass sie jetzt nicht einfach so durch die Liga durchmarschieren werden, wie es davor vielleicht aussah. Ja, und vor allem ein sehr guter Ansatz vom FC. Da war jetzt nichts total Verrücktes mit dabei. Letztlich war es Frau gegen Frau, Pressing. Interessanterweise hat Bayern das auch nicht ausspielen können, als sich da Maler Groß eingeschaltet hat in den Spielaufbau. Also eigentlich müsste man rein theoretisch dann im Plus Eins aufbauen. Aber hat einfach nicht so gut funktioniert. Bayern ist das auch nicht gewohnt. Das hat man auch deutlich gesehen. Aber da muss man sagen, Frank, war vielleicht so ein bisschen eine Blaupause, wie man gegen Bayern spielen kann. Das glaube ich tatsächlich. Wobei das, wie gesagt, genau nicht das einzige Spiel ist, wo wir meines Erachtens eine ähnliche Taktik gesehen haben. Ich fand es eine unfassbar disziplinierte Abwehrleistung von Köln. Das sieht man meines Erachtens auch tatsächlich daran, dass Bayern nur vier Schüsse aufs Tor letzten Endes hatte, aus dem ein Tor resultiert ist. Und Köln hatte zwei immerhin. Aber da siehst du, dass das eine unglaublich defensiv starke Vorstellung vom FC gewesen ist. Insbesondere Damjanovic haben sie meines Erachtens super aus dem Spiel genommen. Also die haben sie permanent gedoppelt. Die war ein Stück weit genervt zu einem bestimmten Zeitpunkt, hatte ich so den Eindruck. Also es war so ein ganz typisches Ding, dass das durch eine bestimmte Situation entschieden wird. Nochmal werden wir nochmal diskutieren heute Abend. Bei einem anderen Spiel in meiner Meinung. Und dass du dann natürlich diese individuelle Klasse hast, die dann einfach mal aus dem Rückraum das Ding abzieht und in die Ecke unten reinhaut. Das macht dann eben die Bayern aus. Das ist dann eine individuelle Klasse. Aber die Mannschaftsleistung von Köln fand ich unfassbar stark. Auch im Vergleich zu Potsdam, wenn man sich jetzt Köln anschaut, die haben als Kollektiv wirklich gut funktioniert. Und du hast gesagt, jetzt die Defensive war das auf jeden Fall. Ich finde, es hat auch schon im Mittelfeld angefangen mit Lava Feiersinge. Also das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Zentrum zugemacht. Und Bayern wirklich vor allem eine Herausforderung gestellt. Also ich finde, Köln ist total unterbewertet auf dem Platz, auf dem sie stehen. Also da steckt deutlich mehr in der Mannschaft drin. Jetzt sage ich mal so ein bisschen mit der Frankfurt-Brille. Ich hätte erwartet, nachdem Wamser wieder zurückgekommen ist und die ja doch eine wichtige Rolle in der letzten Saison dann auch gespielt hat nach der Laie, dass das einen größeren Impact hätte. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Also die funktionieren wirklich gut. Und haben den FC Bayern bei 0,5 Expected Goals gehalten. Also das ist ein Wert, da muss man weit zurückgehen, um den zu finden. Ich habe in der Kürze der Zeit noch nicht mal finden können, wann zuletzt Bayern einen so niedrigen Expected Goals-Wert hatte. Das sagt man dann seit Anbeginn der Aufzeichnung, normalerweise. Ganz so schlimm ist es nicht. Also in der letzten Saison hatten sie einmal 0,7 beim 0 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir erinnern uns, vierter Spieltag war das tatsächlich. Also es ist ein bemerkenswerter Auftritt gewesen. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, Alina. Weil einerseits kann man natürlich sehr gut mit den Ausfällen argumentieren. Gerade wichtige Spielerinnen auch für den Spielaufbau sind ausgefallen. Also Glutis Vigus dort hier, die spielt eben auch mal den langen Ball über die Kette, den sie zwar hin und wieder probiert haben, der aber meist nicht so gut vorbereitet war, zumindest meiner Ansicht nach. Auf der anderen Seite muss ja aber die Qualität, die Bayern da auf dem Feld hat, dennoch reichen, sich da durchzuspielen. Und stattdessen hat man aber immer wieder ähnliche Muster gesehen. Also die Bayern, die neigen, wenn sie hochgepresst werden, dazu, diesem Pass die Auslinie entlang zu spielen. Weil Innenverteidigerin hat auf die Außenverteidigerin gespielt. Außenverteidigerin sieht quasi nur sie anlaufende Gegenspielerinnen. Und deswegen wählt sie den sicheren Pass die Auslinie entlang. Und der ist aber sehr, sehr einfach zu verteidigen oder einfacher zu verteidigen, weil du die Seitenlinie ja quasi mit als zusätzliche Verteidigerin hast in diesem Fall. Also wie groß müsste man sich jetzt Sorgen machen aus Sicht des FC Bayern, dass das reicht, sie hoch anzulaufen und sehr strukturiert Frau gegen Frau zu pressen? Man kann das jetzt bei Bayern natürlich nicht auf die personellen Ausfälle, also man kann sich jetzt nicht auf dem Argument ausruhen bei Bayern. Dazu sind die Ambitionen viel zu hoch und dafür ist der Kader viel zu breit. Also dafür sind sie zu gut aufgestellt. Aber was ich auch interessant fand zu sehen, ich glaube, Bayern hat im Spielaufbau, dadurch, dass eben diese Stamm-Inverteidigung nicht da war, sie haben viel versucht, übers Zentrum zu gehen. Also wenn ich dann teilweise mal überlege, wie tief Samantha Kerr auf einmal stand oder auch Georges Denver habe ich mich teilweise gefragt, ob wir jetzt auf einmal kurz in Verteidigung spielen. Also ich glaube, das war auch ein sehr, sehr ungewohnter Move, irgendwas, was nicht so ins Team gepasst hat, weil du eben auch gesagt hast, Max, dass viel über die Flügel läuft, viel über die Außenverteidigerin. Das ist ja diese hybride Abwehrkette, für die Bayern ja sehr bekannt ist. Und dann von dem System ein bisschen abzuweichen, klar, das verändert dann auch das Pressing, das verändert dann auch, wie die Spielerinnen darauf reagieren, wie das Kollektiv darauf reagiert. Aber es ist schwer zu sagen, ob sich Bayern da jetzt grundsätzlich Sorgen machen muss. Aber es ist natürlich ein Punkt, an dem sie arbeiten müssen. Und das werden auch andere Teams mit großem Interesse verfolgt haben. Ja, also ein Gedanke, den ich während des Spiels hatte, ich wusste allerdings auch schon, wie es ausgeht, als ich es gesehen habe im Real Life, war, ob Bayern sich nicht für solche Situationen öfter mal den Plan B, langer Ball auf eine Zielspielerin zurechtlegen sollte. Ich weiß, dass es nicht ganz der Philosophie von Alex Strauß entspricht. Und ich weiß, dass es auch sich einfacher sagt, als es dann erfolgreich durchgeführt wird. Aber sie sind ja eigentlich sehr gut darin, Räume zu nutzen und sich in Räumen zu positionieren. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass wenn ein Pass in einen Raum reinkommt, dass da nicht nur eine Spielerin ist, sondern da sind mindestens zwei Spielerinnen, oft sogar drei. Das heißt, die können direkt von dort weiterspielen. Und in einen solchen Raum kannst du dann auch mal einen langen Ball reinspielen. Du bist in der Regel in der Bundesliga vielen Gegnerinnen auch in Luftduellen überlegen. Selbst wenn du das Luftduell nicht gewinnst, kannst du den zweiten Ball einsammeln. Ich verstehe, dass es schwierig ist, da auch den Schalter umzulegen, weil du weißt ja auch nicht, wie zählt das Spiel noch weitergeht. Du hast ja das Gefühl, sie haben sich ja zweimal gut durchgespielt. Also Schüller und Damjanovic haben große Chancen, vergeben sie einfach. Also ich kann das alles nachvollziehen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ich habe es inzwischen gefunden. Also am 29. März 2023 war es zuletzt soweit. 0,3 Expected Goals laut fbrev.com. Und in welchem Spiel war das? Viertelfinalrückspiel beim FC Arsenal, wo man 0 zu 2 verloren hat. Und da war es nämlich auch so, dass sie einfach weggepresst wurden. War noch ein bisschen anders von den Automatismen, die da gespielt wurden bei Bayern. Aber wenn man Bayern knacken kann, dann scheint es damit zu sein, eben mit diesem aggressiven Pressing und dann darauf hoffen, dass sie ihre wenigen Chancen, die sie sich trotzdem rausspielen, nicht nutzen. Ja, interessantes Spiel. Ist aber natürlich ein Warbonk-Spiel, wenn wir mal ehrlich sind. Weil die Bayern, wie gesagt, dann immer wieder die Klasse haben, diesen einen Moment zu kreieren, der das Spiel daneben entscheiden kann. Siehe, am Wochenende. Und ich glaube, diese Taktik mit dem langen Ball macht schon alleine deswegen Sinn, weil die Bayern-Spielerinnen natürlich allein die taktische Reife und auch die Physis haben sicherlich, die sie auch anderen voraus haben, könnte ich mir vorstellen, dann eben über die zweiten Bälle trotzdem noch Gefahr in irgendeiner Form auf den Platz zu kriegen. Das sollte doch im Zweifelsfall Bayern oder Wolfsburg und vielleicht auch Frankfurt gelingen können in so einer Situation. Ich meine, der lange Ball ist natürlich weniger kontrolliert und ich glaube, einiges im Spiel, in der Philosophie von Alex Strauß, läuft über Kontrolle. Aber ja, vielleicht kann er sich ja mal dazu äußern. Ich weiß seit dem letzten Input-Talk, dass er den Rasenfunk hört. Zumindest manchmal. Herr Strauß, melden Sie sich, interessiert mich. Und dann können wir ja auch darüber sprechen, wie das nächste Spiel gelaufen sein wird für den FC Bayern. Das findet nämlich genau gegen jenes Arsenal statt. Es geht jetzt los in der Champions League. Arsenal zu Hause dann in Wolfsburg und bei Juventus Turin. Das sind die nächsten drei Gegner für die Frauen des FC Bayern. Da ist also viel mit dabei. Und für den ersten FC Köln, der so langsam festhalten muss, es war erwartet schwer zu starten gegen Leipzig, Wolfsburg, Freiburg und Bayern in der Liga unter anderem. Aber jetzt ist man tatsächlich in der Situation, die zu befürchten war, wenn man nicht irgendwie schafft, da mehr Punkte als einzuholen. jetzt muss langsam gewonnen werden. Gegen die TSG zu Hause vielleicht noch ein, wo man es nicht erwarten kann, aber dann geht es nach Jena zu Hause gegen Leverkusen in Frankfurt weiter. Also Köln, da bin ich sehr gespannt darauf, wie die sich entwickeln. In diesem Spiel haben sie sich sehr, sehr teuer verkauft und wären mit einem Punkt auch nicht unverdient aus der Nummer rausgegangen. Aber das hilft halt leider beim Blick auf die Tabelle dann doch wenig. Kurze Frage, gegen Arsenal im großen Stadion? Nein. Nee, am Campus. Das, ja, große Stadion. Ist ein Trend, oder? Das wird nicht klappen mit großen Stadion. Also Bianca Rech hat sich dazu geäußert, Alina, du korrigierst mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Also sie hätten, bei den Champions-League-Spielen ist das Problem, dass sie so kurzfristig ausgelost und angesetzt werden. Deswegen ist es schwer zu planen. Und sie hatten ein Bundesliga-Spiel, nämlich gegen Wolfsburg, das hätten sie gerne in der Arena gemacht. Oder ist es das gegen Wolfsburg? Auf jeden Fall an dem Wochenende, an dem dann die Männer-Nationalmannschaft am Montag gegen die Niederlande spielt. Also das ist jetzt dann am 14. Deswegen hat das nicht geklappt mit Arena. Ist aber für Champions-League-K.O.-Phase und vielleicht Rückrunde geplant, aber ist nicht ganz so trivial. Aber Stadion-Thema eh ein sehr, sehr großes hier in München. In überall. Ist bei uns auf jeden Fall auch ein großes Thema. Keine Sorge. Deswegen habe ich es gefragt. Sorry, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber das hat mich dann schon mal interessiert, wie es in München gehandhabt wird. Aber auch da, klar, Spieltagsansetzung für die Männer ist sehr viel langfristiger und natürlich dann auch international. Und wenn du dann ein Stadion hast, was international auch genutzt wird, dann ist das nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Was ich noch hinzufügen wollte, denn bei Bayern steht ja auch als Zwischenlösung zwischen Allianz Arena und zwischen Campus auch Sportpack. Und der Haching auf dem Plan hat man ja gegen Juventus in der Preseason gespielt, weil das einfach so das Mittellding ist, weil klar, in der Allianz Arena gegen Frankfurt es waren 19.000, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Höchstzahl waren ja dann 23.000 gegen Barcelona damals in der Gruppenphase. Und ich glaube, wir wissen alle, wie groß die Allianz Arena ist, wie viel reinpassen. Und dann muss das Stadion auch entsprechend voll sein, möglichst voll sein, und auch die ganzen Kosten wieder reinzubringen. Und dann macht es natürlich Sinn, wirklich bei absoluten Highlight-Spielen reinzugehen und dann eben so eine Zwischenlösung zu finden. Das ist exakt die Gemengelage, die bei uns auch ganz klar ein Treiber ist. Du brauchst einen gewissen Mindestzuschauerschnitt, damit sich das Ganze lohnt, weil einfach, dass das Grundrauschen so viel höher ist als bei uns in einem Brentano-Bad oder dann eben bei euch in einem Bayern-Campus, ganz klar. Also ich habe mal eine Zahl von 40.000 bis 50.000 ZuschauerInnen gehört, die man in der Arena bräuchte, damit man den Break-Even erreicht. Aber ob das verlässig ist, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es eine sehr hohe Zahl, die noch nie erreicht wurde mit den Frauen. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt aber dann natürlich auch in die Alte. Wenn du es nicht ordentlich bewirbst und nicht eine Regelmäßigkeit einführst, dann kannst du dir auch nichts heranbilden. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass ich in vielleicht gar nicht so allzu ferner Zukunft nach Unterhaching radeln kann dann. Und also ehrlich gesagt, für mich liegt es besser als der Campus, der ja am Hintern der Welt liegt. Und da kenne ich noch andere Fans. Gucken wir mal, wie es weitergeht beim FC Bayern. Aber jetzt schauen wir erst mal, wie sie weiter spielen werden. Erst gegen Arsenal und wie es für Köln weitergeht. Habe ich ja schon genannt. Und wie es jetzt hier in der Sendung weitergeht, das seht ihr mit Blick auf die Tabelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir widmen uns jetzt jener, dass eben punktgleich mit Köln auf Rang 10 liegt. Auch nur ein Pünktchen ist herausgesprungen und das war das Spiel, das wir heute Abend verfolgen durften. Wir nehmen auf am Montag, den 7. Oktober. Und Leverkusen hat gegen Jena gewonnen. Aber es war eins dieser engen 1-0-Spiele. In der ersten Hälfte gab es einige kleinere Chancen für Leverkusen. Die größte hat allerdings Ihlenburg, die nach einer Ecke über das Tor köpft sehr freistehend. Nach der Halbzeit, fast unmittelbar nach Wiederanpfiff, trifft Birkholz nur den Innenpfosten vorher. Eine fantastische Bewegung von ihr war einfach eine richtig schöne Chance, aber der Ball ist nicht drin und dann passiert es auf der anderen Seite. In der 69. Minute bringt Leverkusen einen Freistoß von rechts nach innen. Kögel scheitert noch mit ihrer Verlängerung, versucht ihn so mit der Hacke, glaube ich, zu verlängern. Der Ball landet abgeprallt bei Pijic und die haut ihn aus der Distanz unter die Latte, trifft zum ersten Mal für Leverkusen zum 1-0. Das war es noch nicht mit den Chancen. Turani klärt noch einen Schuss von Lehmann vor der Linie. Sträßer scheitert mit einem Schuss an Repol. Da gab es leider keine Wiederholung zu, aber den muss sie ganz fantastisch gehalten haben, denn das war ein echtes Pfund aus spitzem Winkel. Aber am Ende, Frank, bleibt es dann eben dabei. Leverkusen setzt seine Siegesserie fort, ist weiter ungeschlagen in dieser Saison und Jena hat schon wieder ein Spiel, bei dem man sagen muss, nicht belohnt für einen guten Auftritt. Das ist hundertprozentig so. Auch da fand ich es wieder eine taktisch sehr reife Leistung, aber es ist ja was, was Jena auszeichnet. Die haben ja so ein bisschen die Maxime ausgerufen, wenn wir schon nicht viel gewinnen, dann wollen wir wenigstens so wenig kriegen wie möglich. Also da sind sie sehr minimalistisch aufgestellt und das gelingt ihnen ja auch gut. Also sie haben jetzt was, vier oder fünf erste Halbzeiten ohne Gegentor, wo ich dann schon mal sagen muss, das zeichnet sie schon ein Stück weit aus. Auf der anderen Seite zeichnet sie aber auch leider aus, dass sie das halt nicht über 90 Minuten durchhalten können und was dann im Endeffekt nur bedingt was bringt, weil sie die Punkte dann eben trotzdem nicht machen. Aber wie gesagt, wir sind in einer sehr speziellen Saison und da können wenige Gegentore und damit eine nicht ganz so katastrophale Tordifferenz schon mal ein ausschlaggebender Faktor sein. Ich fand es sehr spannend, sie haben sich Leverkusen ein Stück weit zurechtgelegt, sie haben sie immer weiter rausgelockt und haben dann selbst tatsächlich schon fast einen Punch gesetzt ganz am Anfang, also wo sie dann sich nämlich über die Leverkusener Kette drüber gespielt haben und dann selbst fast in Führung gegangen sind. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert zu beobachten und insofern die Jena-Disziplin ist schon sehr sprichwörtlich. Die Tugenden, das passt ja auch gut zu diesem Vereinen. Ja, Alina, aber was fangen wir dann mit so einem Spiel aus Sicht von Jena an? Weil es bleibt ja der Fakt, dass man es auch wieder nicht geschafft hat, ein Tor zu erzielen und so gut die Chancen waren, also vor allem der Kopfball von Ihren Burg zum Beispiel, also arg viel freier, kann es denn nicht stehen nach einer Ecke? Ja, gut zusammengefasst von euch beiden, also für Jena wäre diese Saison auf jeden Fall schon viel mehr drin gewesen, wieder ein Spiel, wo sie sich nicht belohnt haben und sie haben es wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Leverkusen ist ja jetzt bis jetzt auch wirklich positiv aufgefallen, haben durchweg gut gespielt und jetzt kam Jena und man hat schon gesehen, dass Leverkusen massive Probleme hatte, dass sie natürlich auch taktisch viele verändern mussten zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass sie mehr versucht haben, über das Zentrum zu gehen, nicht mehr so flügellastig zu spielen und ich glaube, im Magenta-Sport haben sie vorhin gesagt, das war für Jena die fünfte, erste Halbzeit in Folge, wo sie kein Gegentor hatten und das zeigt einfach auch, wie diszipliniert Jena ist, wie gut sie das machen, wie schlau sie da rangehen an solche Spieler, an solche vermeintlich starken oder unbesiegbaren Gegner. Ich meine, gegen Wolfsburg hätten sie wahrscheinlich auch mit viel mehr Gegentoren gerechnet und am Ende war es dann nur 1-0, was schon wirklich bemerkenswert war gegen Wolfsburg und heute eben auch, aber heute wäre locker ein 1-1 drin gewesen und umso, ja, umso ist es irgendwie, ist es extrem schade für jene, dass sie da nicht mehr mitnehmen können, dass sie dieses disziplinierte Spiel, dass sie das, klar, über Weiterstrecken an den Tag legen können, aber nicht durchgehend und da werden sie sich auf jeden Fall ärgern. Es bleibt natürlich abzuwarten, kann Jena sich da steigern im Laufe der Saison, weil es jetzt natürlich auch einige Härtetests waren, aus denen sie viel mitnehmen, aber sie treten sehr selbstbewusst auf und machen das richtig gut und dafür, dass sie jetzt aus der zweiten Liga hochgekommen sind, das ist eigentlich genauso der Fußball, den man sich von einem Aufsteiger wünscht ein Stück weit, dass sie einfach so mutig agieren, sich nicht von starken Gegnern einschüchtern lassen, sondern einfach ihr Ding machen, aber es wäre natürlich schön, wenn sie sich am Ende noch dafür belohnen könnten. Es erinnert mich so ein Stück weit an Nürnberg in der letzten Saison, die auch so ein bisschen die Maxime hatten, sich nicht die Bude vollhauen zu lassen. Das Interessante war, vor unserem Heimspiel gegen Jena kam tatsächlich ein Jena-Fan, den ich über das Fan-Netzwerk vom DFB kannte, zu uns und hat gesagt, das Einzige, was er sich wünscht, ist, dass wir ihnen nicht die Bude vollhauen. Ich habe gesagt, die Gefahr sehe ich eigentlich gar nicht, weil ich weiß, wie schwer wir uns auch gegen so tiefstehende Mannschaften tun. Wenn du dir mal anguckst, die haben genauso viele Gegentore wie Wolfsburg und wenn du dir anguckst, dass sie unter den Top 6 sind damit eigentlich, was die Gegentore anbetrifft, siehst du ja schon mal, wo auch ihr Fokus liegt. Das Problem an der Sache ist, für mich haben sie heute eigentlich bei dem Spiel das erste Mal gezeigt, dass sie auch Offensivqualität so richtig haben, auch mal gegen einen guten Gegner, der auch, ich sage jetzt mal, qualitativ besser aufgestellt ist. Also gegen Frankfurt haben sie überhaupt keine Chancen kreiert, also da war mal so eine Halbchance. Heute war da ja richtig Feuer drin, also da hattest tatsächlich das Gefühl, da könnte noch irgendwie ein Tor fallen und sie könnten bis zum Schluss irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Das war für mich jetzt das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es bei Jena so offensichtlich war. Ja klar, sie haben das einen Unentschieden gespielt, aber jetzt heute fand ich die Leistung war eine echte Steigerung. Also gegen Freiburg fand ich, hatte Jena auch schon gute Chancen, aber heute war das ganze Spiel noch ein bisschen klarer, also mir gefällt total die Rolle von Julewitsch, die spielt fast so eine Art Libero, aber halt auf der Sechser-Rennen-Position. Also wenn die Kette vor ihr überspielt wird, da kannst du jetzt relativ sicher sein, dass Julewitsch da ist oder sie hat irgendjemanden hingeschickt, so ein bisschen die Dirigentin, finde ich, macht das sehr, sehr gut. Ich finde, dass sie in der Strafraumverteidigung bemerkenswert gut waren und der Gegentreffer, du kannst nicht alles verhindern und man muss ja auch sagen, Leverkusen wiederum hat auch nicht schlecht gespielt. Also Leverkusen defensiv, finde ich, dass man da schon Fragen stellen kann. Also Levis beginnt auf links, dann wird zur Halbzeit dann Skinnes Hansen von der Rechtsverteidigerin-Position ausgewechselt. Levis wechselt rüber auf die rechte Seite und spielt eine Linksfüßin auf der rechten Seite und mit Juliette Vidal, eine Spielerin, die ja am letzten Spieltag ein sehr gutes Spiel gemacht hat, dann auf der Linksverteidigerin-Position, hat mir für den linken Flügel besser gefallen. Also Vidal hatte diesen einen Steckpass auf Kögel, die dann reinlegt und dann wird, glaube ich, William Stott hier geblockt. Ich denke, das war die Chance, aber so ungefähr war der Ablauf. Das hat ein bisschen besser funktioniert, aber bei der Defensive von Leverkusen habe ich noch einige Fragen, auch dass das hinten raus noch so eng wird. Sollte es eigentlich nicht, da gab es einige Möglichkeiten, das besser zu verteidigen, aber was man eben auch sagen muss und ich weiß nicht, wie du das siehst, Alina, also offensiv hat Leverkusen wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und das hängt mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Also du hast Kögel, die einfach in sehr, sehr guter Form ist, William Stott hier, läuft eigentlich sogar fast noch ihrer Form aus der Vorsaison hinterher, aber das ist auf einem so hohen Niveau, dass sie trotzdem dann ihre Chancen bekommt und vor allem, du hast in diesem Spiel gesehen, Kramer, Kehrer, also Kramer, die hat in einem Laufduell, Juckel, nee, Heuschkel war das, hat die ihr zwei Meter abgenommen auf fünf Metern Sprintduell. Also die haben offensiv eine Qualität und es lag auch ein bisschen an Leverkusen, dass das jetzt nicht deutlicher zum Tragen kam in diesem Spiel. Ja, Kramer und Kehrer sind auf jeden Fall belebende Elemente für die Offensivspiel von Leverkusen gewesen, ganz klar. Können wir auch vorstellen, dass die Defensive dann doch häufiger wackelig unterwegs ist, dass es auch so ein bisschen am Zusammenspiel mit dem Zentrum liegt, mit dem Mittelfeld. Ich glaube, da muss man, weiß ich nicht, wie oft das jetzt im Rasenfunk schon gesagt wurde, aber natürlich ist da der Ausfall oder der Weggang von dieser Sens noch zu kompensieren, was ja wirklich nicht leicht ist, wenn man einfach schaut, was das für eine Schlüsselspiel, in der letzten Saison für Leverkusen. Aber umso besser, dass es jetzt in der Offensive gut läuft und könnte mir schon vorstellen, dass die Defensivfehler auch nach und nach abgestellt werden, wenn sich das Ganze einfach besser einspielt. Aber ich finde, das ganze Team hat im Vergleich zur letzten Saison schon noch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also da hat die Systemumstellung auch, glaube ich, wirklich eine Rolle gespielt, aber das habe ich im Rasenfunk glaube ich schon zweimal gesagt. Diese Saison muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Auf Seiten von Jena vielleicht noch wichtig zu wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, Mariella El-Sherif ist jetzt die neue Torhüterin. Die war bei der U20-WM mit Österreich in Kolumbien und hat ein gutes Spiel gemacht. Also vor allem die Ruhe, die sie mit Ball am Fuß hatte. Gab es auch eine Szene, ich glaube 72. oder so, da zockt sie richtig im Strafraum noch eine anlaufende Leverkusenerin aus. Aber das könnte noch ein wichtiger Faktor werden für Jena. Wenn du eine Torhüterin hast, die das so souverän macht, zumindest jetzt mit Stichprobe ein Spiel, bei Sturm Graz habe ich sie nicht gesehen, dann sparst du dir eine Spielerin, die du für den Spielaufbau noch hinten ziehen musst. Bin gespannt, wie das Florian Kästner umsetzen wird. Boah, das war insgesamt in der Abwehr ganz cool. Ich meine, Leverkusen hat ja dann doch, insbesondere auch nach dem Tor, versucht Jena eben vom eigenen Tor wegzuhalten und dann hoch zu pressen und sind dann teilweise am Jena-Strafraum mit drei Spielerinnen angelaufen und die haben noch den Ansatz gehabt, sich hinten rauszuspielen. Also das Selbstbewusstsein möchtest du dann erst mal an den Tag legen in der Situation. Also von daher, ja, da ist El-Sherif sicherlich eine Bank, die kommt ja auch mit Qualität, ganz klar. Aber ich finde das Selbstbewusstsein von Jena auf jeden Fall bemerkenswert. Absolut. Bloß keine langen Bälle hinten rausspielen, so wie ich es bei Bayern gesagt habe. Ja, aber da, das ist aber genau der Grund, warum es bei Bayern halt funktionieren kann und bei Jena nicht, weil Bayern kann dann halt die Klasse, so einen Ball vorne auch festzumachen, während Jena, ich das nur ganz schwer zutraue. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Strafraumbesetzung war manchmal so ein Thema, aber sie haben halt nicht so viel Zeit zum Nachrücken. Wobei es in diesem Spiel mir besser gefallen hat, als im vorletzten war das, glaube ich. Bonzo haben sie nicht ganz so gut in die Aktion bekommen. Die hat letzte Woche noch so eine wichtige Rolle gespielt. Aber gut, Jena ist eben ein Aufsteiger und irgendwo muss man das ja auch sehen, wäre ja sonst frech allen anderen Bundesligisten gegenüber. Es geht jetzt weiter für Jena in Leipzig, dann spielt man zu Hause gegen Köln und auswärts in Potsdam. Ich denke vor allem diese beiden Spiele, die eben gegen aktuelle, direkte Tabellennachbarn gehen, die werden interessant werden. Leverkusen wiederum eben weiter ungeschlagen, 10 zu 5 Tore, 4 Siege, ein Unentschieden. Leverkusen wird jetzt dann in Bremen spielen und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Und mit Werder Bremen haben wir schon den passenden Verein zu unserem nächsten Spiel, denn Werder ist das erste von zwei Teams mit vier Punkten und liegt damit aktuell in der Tabelle auf dem neunten Rang. Und Werder Bremen musste in Hoffenheim antreten und es war ein Spiel, ich habe mir ja aufgeschrieben, eine genügsame Anfangsphase. Also beide Teams waren ganz zufrieden damit, dass die jeweils anderen sie nicht so hart gestresst haben. Es gab einen Schuss von Mimeti, der wurde geblockt und dann fast aus dem Nichts heraus. Es ist ein bisschen übertrieben, es gab kleinere Halbchancen, aber in der 31. Minute fällt dann tatsächlich ein Tor. Und wie fällt es? Nach Standard. Mimeti tritt einen Freistoß vom linken Flügel in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten, wo Kasaya komplett frei steht. Sie trifft dann auch wirklich sehr schön ansehlich Volley zum 1 zu 0, aber die Zuordnung hat da gar nicht gestimmt. Es kann nicht sein, dass geplant war, dass Kasaya da komplett freigelassen wird bei diesem Ball, der auch noch sehr lange in der Luft war. Also Werder Bremen liegt zurück. In der zweiten Hälfte muss Livia Peng in einigen Szenen klären. Hoffenheim ist besser im Spiel, aber dann kommt auch Werder zu Chancen. Mühlhaus verpasst nach einem Pass von Afawi. Beidauer steht alleine vor Laura Dick, kommt aber nicht an ihr vorbei. Und dann wird das Spiel beendet von zwei Versuchen von Melissa Kößler, Livia Peng mit einem Weitschuss zu überlisten. Der eine ging knapp vorbei, der andere ging knapp drüber. Beides Mal hätte es, also wäre wohl Peng nicht mehr hingekommen, aber der Ball war nicht gut genug platziert. Es wurde insofern nicht wichtig, weil am Ende einer längeren Nachspielzeit, in der man jedes Wort verstehen konnte, das ist der Vorteil. Also wie hat Martin Piller das so schön beim Magentasport formuliert? Er hat gesagt, die Atmosphäre in Hoffenheim lässt es zu, dass wir jedes Wort verstehen. Und nichts mehr möchte ich ergänzen. Wie hätte man es schöner sagen können? Am Ende gewinnt aber Hoffenheim mit 1 zu 0 und ist damit so langsam wieder ein bisschen in der Spur. Alina, wie haben dir beide Teams gefallen? Es war ein etwas zähes Spiel, das muss man auf jeden Fall sagen. Beide Teams haben noch nicht ihre Saison-Bestform gefunden. Teilweise würde ich sagen, sind sie wirklich noch weit davon entfernt. Natürlich, Bremen muss solche Torschancen nutzen, wie die von Weidauer, die dann da fast frei vorm Tor steht. da hat sich zeitlich vieles verzögert, da hat irgendwie der Mut gefehlt, einfach mal zu schießen. Und bei Hoffenheim ist es auch ähnlich so, da habe ich immer das Gefühl, dass sich bei jedem Spiel so die Form ändert, dass das unglaublich schwankt von den Leistungen her und dass aus dem offenen Spiel heraus nicht so viel geht. Also es gibt Spiele, da funktioniert es total gut mit Chelsea und mit Kessler oder mit Mimiti und dann gibt es aber wieder so ein Spiel, da ist man dann auf das Tor von einer Verteidigerin nach einem Standard angewiesen. Also das wirft schon so ein paar Fragezeichen auf, wo gerade beide Teams stehen. Ich finde auch gerade Bremen im Vergleich zur letzten Saison, da haben sie definitiv, da war das definitiv ganz anders. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber da war Bremen wirklich so viel kompakter, viel besser als Kollektiv. Da ging nach vorne viel, viel mehr. Da haben sie sich die Tore besser oder auch die Chancen viel besser rausgearbeitet. Und jetzt in den letzten Spielen, das war irgendwie auch so eine Mischung so aus Mauern und dass dann aber nach vorne nicht so viel ging, da scheint alles noch nicht so 100% abgestimmt zu sein, wie es sollte. Aber bei Hoffenheim eben auch nicht, deswegen war das eben so ein zähes Spiel. Also bei Bremen finde ich, ist es halt eine sehr schwankende Leistung. Wenn du dir das erste Saisonspiel gegen Wolfsburg anguckst, dieses wirklich spektakuläre 3 zu 3, das war ja ein vogelwildes Ding, wo sie echt gut mitgespielt haben, gut, wo Wolfsburg ihnen natürlich als mitspielende Mannschaft auch mehr angeboten hat, da war Hoffenheim ein bisschen disziplinierter aus der Situation heraus, die sie halt momentan in der Tabelle haben, weil sie sicherlich nicht da stehen, wo sie sich gerne sehen würden, trotz des Umbruchs, den sie gehabt haben. Aber ich sag mal, Bremen hat natürlich sehr stark versucht, dann auch die zwei Viererketten von Hoffenheim zu knacken, irgendwie die zu überspielen und dadurch zu Chancen zu kommen und wie ein gewisser Rasenfunkmoderator so treffend gesagt hat, das kannst du dann im Idealfall gut verteidigen und das frustriert natürlich dann auf Dauer, wenn du anders nicht durchkommst und ihnen haben irgendwie die Mittel gefehlt, sich durchzuspielen und zur Atmosphäre, ich hab mir aufgeschrieben, Geisterspiel in Hoffenheim. Also es ist natürlich knallhart, weil auch im Forum hat ja jemand geschrieben, es war natürlich auch der Ansetzung geschuldet, weil irgendwie Männer und Frauen sehr parallel gewesen sind. Das kenne ich ja nur aus Frankfurt ganz hervorragend, dass Spiele irgendwie mit anderthalb Stunden Abstand stattfinden, einmal quer durch die Stadt. Das ist nun mal so, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass in Hoffenheim eben eine Fanbase da ist, die zu beiden Spielen sehr stark geht, während so gefühlt in Frankfurt sich das ein bisschen mehr aufteilt. Also es gibt natürlich Überschneidungen, aber es gibt schon sehr getrennte, glaube ich, Zuschauer, größere Zuschauergruppen, die zu den jeweiligen Spielen auch nur gehen. Aber das hat nicht unbedingt dem Feuer irgendwie gut getan. Und wenn das spektakulärste in der ersten Halbzeit außer dem Tor, die in der 34. das Ding ist, wo Weidauer dann alleine auf dick zugehen würde und die aber gefühlt in den Halbraum rauskommt, um das Ding seitlich zu klären, dann merkt man schon, dass sich das Spiel sehr stark im Mittelfeld abgespielt hat. Ja, ich fand dieses Spiel interessant. Also, und da steckte auch mehr drin, man musste sich wirklich davon lösen, dass es von der Atmosphäre her gruselig war. Und ich möchte damit nichts gegen die 558 ZuschauerInnen vor Ort sein. Es ist ja gut, dass die da sind. Aber es ist, in Teilen ist es wirklich, das war ähnlich jetzt auch ehrlicherweise beim Leverkusen-Spiel, wo du nur den einen Typen mit dem Jena-Megafon gehört hast. Und der hatte nicht mal eins. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe das auch gedacht und dann haben die den eingeblendet. Nee, der stand vorne am Zaun und hat das mit reinem Körpervolumen geregelt, wo ich dann sagen muss, dafür natürlich Respekt, aber okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, alles gut, aber ein bisschen ist das ein Rückfall in die Corona-Zeit und da habe ich auch schon an mir selber festgestellt, man muss sich noch viel mehr konzentrieren, wenn man eben in einer solchen Atmosphäre versucht, Spiele zu analysieren. Und was mir aber aufgefallen ist in diesem Spiel, so vom Papier her hatten wir auch 4-4-2 gegen 4-4-2, beide interpretieren es aber ein bisschen anders, das war nicht so klar wie bei Potsdam gegen Freiburg. Aber was mir aufgefallen ist, war, ich glaube, Werder Bremen hatte schon ein Mittel, um Hoffenheim auch offensiv zu bespielen. Defensiv war es relativ klar, nimm ihn das Zentrum weg und hab guten Zugriff auf den Flügel und vor allem im Pressing Zugriff auf den Flügel, weil das ist so die beliebteste Aufbauvariante von Hoffenheim durchs Zentrum, das konnten sie mal sehr gut, das trauen sie sich aktuell nicht so wirklich. Aber was sehr gut funktioniert hat, waren Verlagerungen, die Werder Bremen gespielt hat. Immer wieder hat dann die Kette von Hoffenheim, die verschieben müsste, krasse, also krasse Lücken zum Teil aufgerissen, vor allem zwischen Dorn und Lisa Kaut ist mir das aufgefallen. Nur, Werder Bremen hat da wie oft reingespielt in diese Lücke? Genau nullmal, weil sie einfach den Ball nicht in der Kontrolle hatten, sie konnten ihn nicht richtig vererben. Mahmoud hatte immer wieder, hätte sie die Möglichkeit gehabt, aber es hat quasi einem Ballkontakt gefehlt, dass sie diesen Steckpass hätte spielen können. Und besser wurde es dann als Afabi kam, weil Afabi auch einfach immer tiefe Laufwege anbietet und Hoffenheim über das ganze Spiel hinweg meiner Meinung nach ein Problem mit seiner Höhe hatte. Also sie haben Mittelfeldpressing gespielt, standen aber mit der letzten Spielerin, also letzten Feldspielerin 30 Meter vorm Tor, würde ich sagen. Also der Raum war sehr groß, in den da Werder Bremen rein theoretisch hätte reinspielen können. Hat mir auch ein bisschen gewundert, dass sie es nicht so oft gemacht haben, aber okay, war eben so. Und deswegen hatte Werder Bremen schon auch mehr Chancen als die, die auf dem Chancenzettel gelandet sind. Also ich habe nochmal nachgeguckt, die Expect-Ghosts sind bei 0,3, aber da sind eben diese Halbchancen nicht mit dabei. Also Mühlhaus, die hat eigentlich die perfekte Vorlage von Erfahrung, wie wir bekommen, steht drei Meter vorm Tor und kriegt ihre Beine nicht sortiert, wie man es hier sagt. Also deswegen, Werder hat sich hier unter Wert verkauft und auf der anderen Seite, Alina, du hast es auch schon angedeutet, ich habe den Eindruck, du wirst auch nicht schlau aus Hoffenheim. Also ich weiß nicht, was ich von der Hoffenheimer Ausrichtung halten soll, was ich von der Taktik halten soll. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass ich höre, wie Dedes einzelnen Spielerinnen sagt, wer welche Spielerin beim Einwurf deckt und dann machen sie es aber trotzdem nicht. Also ich habe es gehört, ich habe gehört, you take the player who throws the ball und dann wird der Ball geworfen und ich glaube, es war, war es Grabowska? Ich glaube schon und Grabowska geht dahin, wo der Ball kommt. Nein, du solltest doch die decken, die der Ball kommt. Also irgendwie, also das lässt Hoffenheim irgendwie nicht gut aussehen, finde ich, diese Gesamtgemengelage. Oder bin ich da jetzt zu hart, Alina? Nein, gar nicht. Hoffenheim geht in den Spieltag und man weiß als Zuschauer nicht, was kommt. Kommt jetzt ein richtig guter Durchmarsch mit einer qualitativ hochwertigen Offensive, die sie ja ganz klar haben. Das ganze Team ist ja wirklich gut aufgestellt, aber es spielt halt nicht so zu den Stärken auf. Und dann kommen solche Klatschen wie gegen den FC Bayern, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Dafür ist eigentlich zu viel Qualität im Kader und da hat es Hoffenheim einfach auch in vielen Spielen über lange Strecken schon zu gut gemacht, das mit solchen Ergebnissen zu rechnen. Wir wissen natürlich alle, dass Bremen einfach auch schwer zu knacken ist im Sinne mit der Defensive und alles, dass da auch viele Routiniers dabei sind und dass Bremen da immer ein bisschen schwer zu bespielen ist. Aber ein Team wie Hoffenheim sollte eigentlich schon in der Lage sein, so einem Team dann eine Lösung, eine gute Taktik entgegenzusetzen. Also wie gesagt, man geht in den Spieltag, man weiß nicht, was kommt von Hoffenheim, obwohl ja eigentlich das ganze Potenzial da ist. Es wird nur nicht ausgeschöpft. Und woran das jetzt konkret liegt, dass die Spielerin, ich meine, klar war ein Umbruch da, dass sich die Taktik geändert hat, aber es ist scheinbar noch nicht so fixiert. Es ändert sich ja auch immer sehr, sehr viel und da fehlt irgendwie die Konstanz bei Hoffenheim zurzeit. Steile These, fehlt eine Liederin wie Paulina Grumbiegel auf dem Platz? Als zentrale Figur, die immer dann auch mal wieder eine Ausnahmesituation auf den Platz gebracht hat, die dann halt einfach mal so ein 30-Meter-Ding im Winkel untergebracht hat und dadurch die Mannschaft auch emotional mit bestimmten Aktionen mitgerissen hat. Fehlt es das? Ist es zu einheitlich? Nö, das fehlt auf jeden Fall. Also, klar, sie hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt bei Hoffenheim. Ich glaube aber, dass da nicht die Probleme liegen. Ich glaube, dass das Problem, das ist jetzt ein bisschen doof, weil das ist so Larifari. Aber ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, wo Hoffenheim hin will. Also, welchen Fußball wollen sie spielen mit welchen Spielerinnen und welchen Kader brauchen sie dafür? Es ist irgendwie seltsam zusammengestellt. Mir scheint es auch nicht ineinander zu passen. Also, auch ohne, dass ich das gehört hätte, dass Dedes irgendwie den einzelnen Spielerinnen da Kommandos noch reinwirft. Beim Einwurf hätte ich trotzdem die Aussage getroffen, dass da eben Dinge noch nicht ineinander greifen. Ich weiß nicht, wie die Zentrale besetzt werden soll. Ich glaube, dass Ciaci und Köstler, das kann ein Monstersturm sein. Mimeti auf dem Flügel, aber fast ein bisschen zu weit weg in vielen Situationen von denen, als dass da richtig was gehen könnte. Raute 4-4-2, so wie die Eintracht es interpretiert, könnte rein theoretisch super gut zu dieser Ausstellung passen. Dann brauchst du aber auch die Spielerinnen, die das auch in der defensiven Absicherung spielen können. Da bin ich mir nicht sicher. Janssens als Rechtsverteidigerin, sie macht es ja nicht schlecht. Also ich will überhaupt nichts gegen sie sagen und ganz, ganz viele Teams in der Liga wären froh, Janssens als Rechtsverteidigerin zu haben. Aber ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich Spiele von Hoffenheim sehe, die lassen doch was liegen, was eigentlich im Kader da sein müsste und ich kann nicht erklären, warum. Oder ob ich es einfach komplett falsch einschätze. Das kann es auch sein. Und so kommt dann vielleicht auch so ein 1-0 raus, was ja für Hoffenheim wunderbar ist. Das ist jetzt der zweite Sieg, der war dringend mal notwendig. Der letzte Sieg ist ja schon vom ersten Spieltag noch. Damit überholt man jetzt. Auch Werder hat sechs Punkte, siebter Tabellenplatz. Es geht jetzt dann nach Köln und dann zu Hause gegen Potsdam. Das könnten Spiele sein, in denen man sich konsolidiert, weil auf dem Papier musst du die natürlich gewinnen. Für Werder Bremen geht es jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann zur Eintracht aus Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden Teams. Und damit sind wir bei der SGS Essen angelangt und wir sind bei Eintracht Frankfurt angelangt. Und Frank, hätte ich ihn in der Halbzeit befragt. Na, wie sehr hast du Bock auf deinen Rasenfunkauftritt? Glaube ich, ich hätte noch eine andere Antwort erhalten, als danach Schlusspfiff. Und das kam so. In der 17. Minute beziehungsweise der 18. kommt ein Freistoß aus großer Entfernung an den zweiten Pfosten, wo Elisa Sens Beke Sterner zu Fall bringt. Zumindest interpretiert an die Gelika Söder ist so. Ehrlicherweise, ich habe keine eindeutige Wiederholung gesehen und das trotz der 20-Kamera-Position im Stadion. Ironie könnte enthalten gewesen sein. Es gibt einen Strafstoß, den verwandelt dann Natascha Kowalski zum 1 zu 0. Danach köpft Sterner eine Ecke an die Latte und Reuteler verzieht einen Schuss knapp, aber es geht eben mit einem 0 zu 1 Rückstand aus Sicht der SGE in die Kabinen. Dann kommt Nina Lürsen zur zweiten Hälfte. Zum ersten Mal, dass sie längeren Einsatz bekommt bei der SGE. Fürst bringt Kleinherne im Strafraum zu Fall. Es gibt allerdings keinen Strafstoß. Winkler fängt einen Schuss von Dunst sehenswert. An Jomi und Sens verpassen knapp und dann aber geht es los. 61. Minute. Nina Lürsen flankt nach innen. Wolter legt den Ball nach innen. Sens kommt zum Schuss. Der Ball landet aber bei Freigang und die erzielt dann das 1 zu 1. Dann verschätzt sich Stina Johannes bei einer Ecke. Wolter klärt auf der Linie gegen Rieke. Kurz danach trifft sie dann fast mit einem Kunsthackenschuss nach Ecke. Es sollte die fast einzige Chance von der SGS Essen in der zweiten Hälfte bleiben und stattdessen hat nur noch die Eintracht-Chancen. 83. Minute. Lürsen bringt eine Flanke nach innen und findet Reutela am zweiten Pfosten, die per Kopf zum 2 zu 1 trifft. Vorher hatte sich Nina Lürsen schön per Dribbling den Platz für diese Flanke erspielt und nur vier Minuten später, 87. Minute. Wunderbar herausgespieltes Tor. Ein gechippter Ball auf Wamsa, die tief an die Grundlinie geht mit sehr viel Zeit auch und auf Freigang legt, die nur noch einschieben muss und das tut sie auch. Sie ist ja Laura Freigang. 3 zu 1. Am Schluss hätte sogar Wamsa noch das 4 zu 1 erzielen können, aber Frank, dann war es auch mal gut. Hat ja gereicht. Wie erklärst du das denn, dass es zwei so unterschiedliche Hälften waren? Das schiebe ich jetzt mal auf die Disziplin von Essen, ehrlich gesagt. Also es ist ja nicht so, als hätte die Eintracht in der ersten Hälfte nicht probiert, aber man muss ganz klar sagen, dass Essen über ein sehr intensives Pressing in die Partie gekommen ist. Das hat uns natürlich wehgetan, siehe Kommentar zum Bayern-Spiel gerade. Das ist immer schwierig gegen Mannschaften, die eine sehr offensive Spielphilosophie haben, weil du halt gegen so zwei Viererketten anläufst und es extrem schwierig ist. Anjomi hat gefühlt permanent auf der Abseitslinie gelauert, was natürlich dann ein schwieriges Ding ist, weil du immer gucken musst, dass du den Ball da auch passend hinbekommst. Aber in der ersten Halbzeit hat das Essen unfassbar diszipliniert gemacht und hatte dann ehrlich gesagt das Glück, da erlaube ich mir jetzt ein bisschen die Frankfurt-Brille, ich habe auch keine eindeutige Perspektive gesehen. Man hat gesehen, dass die beiden zusammen unterwegs sind, aber aus einer Perspektive habe ich einen so großen Abstand gesehen, wo ich mich gefragt habe, wo soll es denn hergekommen sein, insbesondere weil der Ball ja über die beiden hinweg deutlich ins Aus geflattert ist, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo die Torchance hergekommen sein soll, aber ist ein anderes Thema, Emotionen schalte ich jetzt wieder erstmal aus, was das anbetrifft, aber ganz klar in der ersten Halbzeit Essen unfassbar diszipliniert und deswegen komme ich jetzt zur zweiten Halbzeit, ab der 60. Minute sind die ein bisschen auseinander gefallen, da ließen sie diese Disziplin vermissen, ich hatte das Gefühl, sie kriegen es auch physisch vielleicht nicht mehr ganz so auf die Kette, Frankfurt braucht vielleicht ein paar Minuten, um da auch anzulaufen gegen sowas und warm zu laufen und man hat ja dann gesehen, wie unfassbar gefährlich die sind, wenn die ins Umschaltspiel kommen, wenn die selber anfangen zu pressen gegen eine beginnend schwächelnde Essener Mannschaft und dann haben sie sie ja auch tatsächlich so auseinander gespielt, alleine dieser Ball von Wamser, die sich alle Zeit nimmt, den Kopf hochnimmt und Laura so auf den Fuß spielt, dass sie ihn nur zum 3-1 praktisch hinstellen muss, das fand ich schon wirklich relativ gut und von daher, ich mache die zwei Halbzeiten gar nicht so sehr an Frankfurt fest, ich mache sie an Essen fest. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg in dieses Spiel, das kann man so sehen, vor allem, weil es ja auch mit einer Stärke von Essen beginnt, das war schon, ich glaube, aus Sicht der SGS war das ein richtig ätzendes Spiel, weil es war sehr, sehr aufwendig, was du betreiben musstest da gegen die SGE, um eben mehr Chancen noch zu verhindern, du musstest auch ein hohes Risiko gehen, also habe auch schon oft genug Sarah Dawson oder Sophia Kleinherr einen langen Ball über den Pressing hinweg spielen sehen, was dann gut geklappt hat und du hast gar nicht so viele Chancen dann gehabt, es gab diese eine Phase kurz vor dem Strafstoß und dann danach noch mal so eine Dreifachchance war das, glaube ich, nach einer Ecke, wenn ich mich gerade richtig erinnere, drei Schüsse nacheinander, da hatte man auch kurz den Eindruck, oh, Frankfurt, jetzt müssen sie sich mal ein bisschen raffen, dass es hier nicht südwärts geht, aber dann dann kommt eben die zweite Hälfte und es ist von Beginn an anders und, aber spielt die Einwechslung von Nina Lürssen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überbetont habe in meinem Spielfilm, ich meine, sie ist natürlich Friend of the Show, weil sie hier schon mal zu Gast war, aber ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass sie auch wirklich einen Unterschied gemacht hat, weil Beke Sterner ab dann offensiv überspitzt gesagt gar nicht mehr zu sehen war, weil die hatte immer mit Nina Lürssen zu tun und vorher war Beke Sterner mit einer der Gründe, warum Essen auch Chancen hatte. Alina, sorry, da will ich nur ganz kurz darauf antworten, ich habe mir tatsächlich als den großen Pluspunkt bei Frankfurt die Wechsel aufgeschrieben und Lürssen war sicherlich der erste, weswegen überhaupt es möglich war, nachdem die zweite Halbzeit dann so in Schwung gekommen ist, Essen so auseinanderzuspielen, aber Praschnika hat vorne unfassbar draufgepresst, hat die extrem unter Druck gesetzt, was natürlich dann im Rückraum die Möglichkeiten eröffnet hat, dass Spielerinnen sich dann auch freistellen, um dann eben mal aus dieser Deckung rauszukommen. Lürssen, die Technik und die Flanken unfassbar, Chiba ist immer ein Aktivposten vorne und die macht halt auch mal was Unerwartetes und Wamsa ist natürlich wirklich, was das Kämpferische anbetrifft, kaum zu stoppen, ehrlich gesagt. Und wenn du dann noch Anna Ehling bringen kannst von der Bank, die Stabilität reinbringt und die im defensiven Mittelfeld dann auch mal was abräumt, was eben doch noch durchkommt, wenn du ein bisschen offensiver rangehst, dann hast du halt fünf Spielerinnen von der Bank gebracht, die tatsächlich dem Spiel ein komplett anderes Gesicht geben können. Und deswegen, sorry, um auf deine Frage zurückzukommen, lösen hundertprozentig war ein ganz wichtiger Faktor, aber auch die anderen vier Auswechslungen und das ist was, was glaube ich einer der größten Unterschiede ist, was die Eintracht letzte zu dieser Saison ausmacht, dass Nico Arnautis deutlich intelligentere Auswechslungen bringt, als es noch in der Vergangenheit gewesen ist, was einer der größten Kritikfaktoren an seiner Trainerposition war. Sorry, jetzt bin ich fertig für den Moment. Das war ein sehr langer Take. Die Frage stellt sich, Alina, müssen wir Frank jetzt erden? Wo siehst du denn Eintracht Frankfurt im Liga-Vergleich? Auf jeden Fall haben sie sich zur letzten Saison gesteigert. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass die Wechsel auf jeden Fall sehr, sehr goldenes Händchen waren und viel intelligenter. Man hat ja auch so ein bisschen diese Statik letzte Saison bei Frankfurt kritisiert, dass man immer die Spielerin hatte, dass man nicht so flexibel in der Taktik war, dass man sich während dem Spiel nicht so gut neu formieren konnte, wenn man beim Gegner auf Probleme gestoßen ist. Und das läuft jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich finde, dieses Spiel gegen Essen war auch irgendwie so das Spiel, was gezeigt hat, warum denn Nina Lürsen überhaupt verpflichtet wurde. Nadine Riesen ist natürlich auch eine Riesenkonkurrenz auf der, tolles Wortspiel auf der Position, aber genau für solche Hereingaben, genau so dieses belebende Element vorne ist ja Nina Lürsen geholt worden. Und natürlich hatte sie jetzt vielleicht nicht so den super smoothen Start bei Frankfurt. Also Elisa Sens zum Beispiel ist ja direkt eingeschlagen und Nina Lürsen hat es natürlich noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber jetzt hat man auf jeden Fall gesehen, was sie mitbringt, um was sie Frankfurt als Team nochmal bereichert und entscheidend bereichert auf jeden Fall. Und wie du es schon gesagt hast, Frank, diese ganzen offensiven Wechsel richtig belebend, da kam ganz neue Struktur rein, da war Frankfurt nach vorne viel, viel gefährlicher und in den langen Bällen von Dorson und La Kleinherde könnte sich Bayern mal ein Beispiel nehmen. Ja, also Lürsen hat definitiv einen etwas felsigen Start gehabt bei der Eintracht, aber es ist auch nicht so typisch für Nico Arnautis, dass er jemandem dann sofort eben das volle Vertrauen gibt. Elisa Sens ist da als Ausnahmespielerin und auch glaube ich wegen der Position, weil die eben einfach auch sehr gefragt ist, gerade in einer anderen Position. ich fand auch, dass Gerardin Reuteler ein wahnsinnig tolles Spiel gemacht hat und insgesamt ist mir bei beiden Teams aber aufgefallen und deswegen war es aus neutraler Sicht ein so schönes Spiel zu sehen. Wir hatten wirklich einige Partien an diesem Wochenende, die zäh waren und in denen hin und wieder meine Chance passiert ist, aber man musste dann manchmal auch nochmal zurückspielen und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich passiert, ach so, es war nur ein langer Ball oder irgendjemand hat einen Fehler gemacht, alles klar, dann schreibe ich das so auf und bei diesem Spiel sind zwei Teams aufeinander getroffen und ich möchte unbedingt Essen mit reinnehmen, die es geschafft haben, Dynamik reinzubringen, obwohl die Gegnerinnen alles probiert haben, um die Dynamik zu nehmen und du hattest eben wieder die Aktion von Ramona Meier, die auch defensiv wahnsinnig wichtige Zweikämpfe zum Teil gefunden hat, du hattest natürlich Natascha Kowalski und ja gut, El Masi ist ein bisschen abgefallen in diesem Spiel, ich fand, dass Sterner eben in der ersten Hälfte eine ganz wichtige Rolle noch gespielt hat und dann hattest du auf Seiten der Eintracht eben die üblichen Verdächtigen, also Reuteler, Freigang, Dunst hatte auch wieder ein tolles Spiel, Lisanne Gräwe, immer wenn Lisanne Gräwe im Rückraum auftaucht, dann weißt du, oh, jetzt hat der Gegner ein Problem, weil wenn sie so weit vorschieben kann, dann haben die offenbar gerade gar keine Spielerinnen, die jetzt entlasten könnte, weil Gräwe müsste ja eine von denen sein, die ein bisschen absichert und deswegen war es ein tolles Spiel, weil beide es geschafft haben, sich Chancen herauszuspielen und dann waren die halt ein bisschen ungleich verteilt über die Hälften und ich finde, Frankfurt gewinnt dann auch verdient, aber es war einfach insgesamt schön anzusehen und hatte ein sehr gutes Niveau. Ich fühle mich nicht geerdet, das war doch irgendwie dein Anspruch, also wo soll denn jetzt die Erdung eigentlich noch herkommen? Ja, es ist die Johannes Strafgrundbeherrschung. Ja, okay, ja, das ist definitiv ein Thema. Erdung erledigt. Nee, aber ganz klar, also ganz riesen Lob an Meier, was die Sarah Dorsund gefordert hat, das schafft nicht unbedingt jede Spielerin in der Bundesliga, allein vom Tempo. Also Sarah Dorsen hat ja einen Antritt und eine Geschwindigkeit, die ist ja wirklich unglaublich und Meier hat mitgehalten, also da wurden die Abstände nicht größer, wie ich das gewohnt bin, wenn Sarah ein Turbo zündet. Meier hat da tatsächlich mitgehalten und hat die unter Druck gesetzt und hat sie auch dazu gezwungen, die ein oder andere, das kann sie natürlich, gute Lösungen zu finden, aber das war schon mal auch besonders, dass es eine Gegenspielerin gibt, die sie so fordert. Das ist nicht selbstverständlich und da muss ich sagen, da kann ich wirklich nur einen riesen Lob aussprechen, aber insgesamt auch Elmasi, Meier, Plattner auch, unsere ehemalige Spielerin. Die drei machen da vorne schon ordentlich Alarm. Jetzt hat sich tatsächlich nicht nur unsere Wechseltaktik verbessert, ich finde auch unsere Abwehr ist deutlich stabiler als noch die letzten Jahre. Ich finde gerade auf den Schienen mit Riesen, also Volta auf der rechten Seite ist ja nun mal gesetzt, aber Riesen und wechselweise Lürsen auf der linken Seite machen einen unheimlichen Unterschied zu einer Verena Henshaw beispielsweise, die auch eine sehr, sehr schnelle und durchsetzungsstarke Spielerin gewesen ist, die aber von der Bandbreite ihrer Möglichkeiten ein bisschen limitierter war, meines Erachtens. die hatte unfassbar gute Ecken und Standards und hat natürlich im Spiel nach vorne dann auch den Ball gut getrieben, aber ich finde tatsächlich was Riesen oder Lösungen machen und auch Volta auf der rechten Seite bringt nochmal eine ganz andere Dynamik in unser Spiel und ich habe das Gefühl, dass sich das auch auszeichnet. Eintracht Frankfurt, die sollte man im Auge behalten, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es zuerst gehört, sind noch umgeschlagen. 16 zu 3 Tore jetzt und wir alle können uns, glaube ich, freuen auf den achten Spieltag. Also jetzt erst wird Frankfurt zwei Heimspiele haben, gegen Freiburg und gegen Werder Bremen und dann geht es am achten Spieltag zum FC Bayern, mit denen hat man nicht nur wegen des DFB-Pokals in der letzten Saison noch eine Rechnung offen. Frankfurt als das Team der Top-3-Teams, das keine internationale Spielbelastung hat. Das ist natürlich ein Mangel in dieser Saison, da fehlt was, aber vielleicht wird es dann das, was sich auszahlt in der weiteren Tabellenkonstellation. Ich bin sehr gespannt, wie es für die SGE weitergeht und für die SGS Essen geht es jetzt dann zu Potsdam, bevor man zu Hause den VfL Wolfsburg empfängt und auch da bin ich gespannt drauf, denn Essen wirklich einfach ein sehr solides Team und Essen hat noch nicht mal sein Leistungsmaximum erreicht. Noch in keinem Spiel in dieser Saison und dennoch haben sie schon gute Partien gezeigt und sind einfach unangenehm zu bespielen. Also Ramona Meier, das ist, also wie die foult und dann aber die Schiedsrichterin anpflaumt, die sich gewagt hat, das Foul zu pfeifen. Das ist eine ganz besondere Qualität, das muss man echt sagen. Kommt zur Geschwindigkeit noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Die Meinungsstärke auf dem Platz. Aber sie sieht es auch wirklich nicht, was denn? Ich habe die doch nur so ein bisschen. Die Gegnerin ist immer noch in der Luft, während sie reklamiert. Aber egal. Ist jetzt auch nicht so unfair, aber ich fand es einfach nur lustig, war in dem Spiel wieder zwei, dreimal zu sehen. So, jetzt gibt es noch eine Partie, über die müssen wir und wollen wir noch sprechen und die fand in Wolfsburg statt. Zwischen dem VfL und Raber Leipzig und Wolfsburg natürlich musste sich rehabilitieren vom letzten Wochenende und das ist gelungen und zwar relativ früh schon. Erst scheitert Endemann noch aus kurzer Distanz an Elvira Herzog, dann umdribbelt Fodala Froms, trifft allerdings nur das Außennetz und dann gibt es eine Ecke in der 21. Minute. Da bekommt Leipzig den Ball nicht geklärt. Wilms kommt am Strafraumrand zum Schuss und setzt den wunderbar ohne Anlauf unter die Latte zum 1 zu 0. Warum auch nicht? So viel passiert danach ehrlicherweise nicht mehr. Erst in der 56. Minute geht es wirklich weiter. Mit viel Risiko spielt sich Leipzig zentral durch das Pressing. Starke schlägt eine tolle Verlagerung auf Schimmer, die in den Strafraum zieht und schießt. Froms wird ab und Andrade hätte einschieben können, aber Raber nur hält sie fest. Es gibt aber keinen Strafstoß. Auch hier, ja, zumindest muss man es erwähnen. Naemi Breyer war die Schiedsrichterin in dieser Partie. Dann klärt Hegering einen Schuss von Fodala per Kopf und als man schon dachte, Mensch, Leipzig ist hier wirklich am 1 zu 1 dran, kam die 65. Minute. Leipzig schiebt hoch, aber ohne Zugriff zu haben und so kann sich Wolfsburg leicht durchspielen. Ein langer Ball von Wilms landet verlängert von Bärenstein bei Pop, die auf Jonsdottier querlegt, die wiederum Herzog tunelt zum 2 zu 0. War sehr schön herausgespielt. Das war einer von wenigen Momenten, in denen das Leipziger Pressing aber nicht gegriffen hat, weil es einfach zu lückenhaft ausgeführt war. Dann trifft Bärenstein nur dem Pfosten und in der 84. Minute spielt Linda einen zentralen, perfekten Pass auf Blomquist, die ist durch und vor Herzog und trifft zum 4 zu 0 und in der 90. Minute kann Bärenstein mit Zeit und Platz nach einem tiefen Pass von Pop auf Herzog zulaufen, tanzt sie aus und versenkt den Ball zum 5 zu 0 und so steht Alina am Ende ein sehr, sehr souveräner Sieg für Wolfsburg, der auch definitiv verdient ist. Ich will jetzt hier nicht kommen und irgendwie sagen, Mensch, Leipzig hätte hier einen Punkt gehabt, aber es täuscht auch ein bisschen über den Spielverlauf hinweg, weil Leipzig war ja wirklich dran und Leipzig hat viele Dinge okay bis gut gemacht in dieser Partie. Wie würdest du das denn jetzt einordnen aus der Sicht beider Teams? Ja, exactly my thought, also wenn man jetzt die Anfangsphase gerade angeschaut hat und dann sich den Spielstand hinterher anschaut, dann hätte man nicht auf ein 5 zu 0, auf so ein deutliches 5 zu 0 ahnen können, weil die Teams haben natürlich stark angefangen, Leipzig auch, Wolfsburg fand ich, war in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten dann auch wieder ungewohnt, fehleranfällig, das hat Leipzig dann auch auszunutzen gewusst und, aber natürlich, Leipzig wusste, wen sie da vor sich haben und haben dann auch erst mal sehr defensiv aufgespielt und das ist ja dann das, was sich in der zweiten Halbzeit geändert hat, also sie haben glaube ich von 5er Kette auf 4er Kette umgestellt und danach hat dann Wolfsburg da eben den Weg durchgefunden und dann den Weg auch zum Tor und da wurde es dann eben auch so, weil Leipzig natürlich gemerkt hat, sie können nicht die ganze Zeit hinten mauern, sondern müssen auch mal nach vorne gehen und indem sie dann so nach vorne gegangen sind mit dieser neuen Umstellung zur zweiten Halbzeit, im Laufe der zweiten Halbzeit sind dann natürlich auch mehr Lücken gekommen und Wolfsburg ist ja ein eiskaltes, effizientes Team und die gehen dann in diese Lücken rein und genau das ist als eben Leipzig passiert. Frank, was waren so deine Eindrücke von diesem Spiel? Es war ja durchaus interessant zu sehen, wie Leipzig das gelöst hat, also weil sie haben in 5er Kette gespielt, aber in Unterzahl sind sie angelaufen, 5-3-2 und Wolfsburg spielt ein 3-1-Aufbau, also deswegen, da ging nicht so viel und als sich dann Leipzig dazu entscheidet, das eben in Gleichzahl anzulaufen, denkt sich Lena Lattwein, gut, dann stelle ich mich jetzt einfach immer, ich laufe jetzt immer durch den Deckungsschatten durch, bis ich wieder anspielbar bin und hebet quasi allein mit ihrer Positionierung das komplette Pressing aus. Ja. Ist das jetzt Güte von Wolfsburg oder Naivität von Leipzig? All of the above. Ich glaube, es war eine ungesunde Mischung aus Leipziger Sicht, aus beidem. Es ist einmal die Routine von Wolfsburg, die natürlich Spielerinnen haben, die schon alles gesehen haben am Ende des Tages und sich auf so eine Situation dann besser einstellen können und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Blauäugigkeit von Leipzig, die da ja schon auch einen ordentlichen Saisonstart hingelegt haben, jetzt in ihrer ersten Stabilisierungssaison nach dem Aufstieg. Ich finde, Wolfsburg hat einen Takt zu hoch gewonnen, ehrlich gesagt. Ich finde, das Spiel ist durch ein 5 zu 0 nicht hundertprozentig abgebildet. Keine Frage, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Da haben sie sie ja dann tatsächlich auch ausgenommen, insbesondere das 4 zu 0 und das 5 zu 0 waren geführt, Kopien voneinander. Also das war durch die Schnittstelle und alleine auf die Torfrau zu und dann wurde halt getunnelt oder vorbeigespielt und dann hast du halt relativ schnell zwei Tore gemacht in der Schlussphase. Da fehlt dann Leipzig wahrscheinlich noch die Reife, um das Ganze auch mental 90 Minuten durchzuhalten. Ich glaube tatsächlich, dass sie sie am Anfang schon ordentlich geärgert haben, auch wenn Alex Popp deutlich weniger genervt vom Platz gekommen ist als in Brantanobad. Da war sie ja wirklich hoch angefressen. Da schienen sie doch deutlicher entspannt gewesen zu sein. Vielleicht ist auch diese Nationalmannschaftsgeschichte im Hinterkopf jetzt raus und das gibt ihr mal ein bisschen mehr Lockerheit. Aber insgesamt ganz klar hat Wolfsburg das über die Routine geregelt, meines Erachtens. Und wenn Leipzig es schafft, das disziplinierter bis zum Schluss noch durchzuspielen und Wolfsburg ein bisschen länger zu ärgern, dass die auch ein bisschen mehr unter Druck kommen, noch was tun zu müssen, dann würden sich vielleicht für Leipzig auch Chancen ergeben, die sich so jetzt nicht ganz ergeben haben. Aber von Leipzig war das schon eine ordentlich disziplinierte Leistung und wie gesagt, mir ist es ein, vielleicht zwei Tore sogar zu hoch ausgefallen. Leipzig hat halt die Viererkette gespielt, als wäre es eine Dreierkette. Und wenn das Zentrum dann immer offen ist, dann ist es ein Problem. Und wie gesagt, also Latwein, die ist immer so hinter die linke Sechserin von Latwein ausgesehen von Leipzig. Ist ja einfach vorgelaufen und was ja Wolfsburg immer spielt, ist Innenverteidigerin auf Außenverteidigerin. Das hat Wolfsburg nicht erfunden, machen viele so. Und dann ist aber ja die Frage, was kann die Außenverteidigerin von da machen? Vorhin bei Bayern habe ich gesagt, die spielen dann oft, wenn sie gepresst werden, den Ball die Linie entlang. Das ist kein besonders schöner Ball, für trotzdem manchmal zu Erfolg, aber ist einfacher zu verteidigen als andere. Und was hat Wolfsburg dann gemacht? Diagonal auf Latwein. Latwein konnte da meistens aufdrehen und dann war aber wirklich alles möglich, von Verlagung auf rechts bis Sprint nach vorne, bis hin einmal hat sie auch selber geschossen. Also Latwein hat mir wahnsinnig gut gefallen in diesem Spiel. Und es gibt aber noch eine Spielerin, bei der ich glaube, die hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, dass eben Wolfsburg dieses Spiel so deutlich dann für sich gestalten konnte. Alina, müssen wir über Sven de Sjons dort her nochmal vielleicht ein paar Worte verlieren? Sehr schön. Absolut. Natürlich Joker von der Bank, aber auf jeden Fall auch wieder eines von diesen belebenden Elementen für die Offensive. Das hat sie ganz, ganz toll gemacht gegen Leipzig, weil da echt unberechenbar hat die Defensive vor viele, viele Fragen und viele Herausforderungen gestellt und war immer anspielbar, war voll im Spiel drin von der ersten Sekunde und das hat sie wirklich gut gemacht. Also habe ich mir definitiv auch aufgeschrieben, Jons Dotti mit der Einwechslung guter Impuls, weil sie gerade im Zusammenspiel dann mit Bernstein auch, wurde Wolfsburg schwerer auszurechnen, weil sie da eben zwei sehr durchsetzungsstarke Spielerinnen vorne haben, die auch technisch gut sind, die sowohl alleine aufs Tor zugehen, als wenn die zweite mitläuft, natürlich alles aufmachen, wie du gesagt hast, Max. Also das war, glaube ich, eine wichtige Einwechslung für die Wolfsburger. Das hat die Dynamik im Wolfsburger Spiel definitiv positiv verändert. Wir sehen, dass diese Runde gegen viele Vereinwechslungen, dass dann da die Momente, die wichtigen Momente, die spielentscheidenden Momente herbeigeführt wurden durch die goldenen Händchen der Trainer. Ja, aber du musst natürlich auch erstmal eine Wechselbank haben, die sowas ermöglicht. Also ich glaube halt, dass Leipzig oder Jena eben nicht eine Auswechselbank haben, die quasi nochmal ein komplettes Spiel verändern können. Das können natürlich Bayern und das können Frankfurt und das können Wolfsburg ein bisschen anders. Und bei den drei Partien hast du ja auch ganz genau gesehen, was passiert ist, die aus einer ähnlichen Ausgangslage reingestartet sind, aus einer hohen, starken Pressingsituation der Gegner, der vermeintlichen Underdogs oder zumindest der Nicht-Favoriten und die dann aber die Chance bekommen haben, von der Bank aus eine andere Spieltaktik auch aufs Feld zu bringen und das macht halt dann den Unterschied. Ganz klar. Absolut, aber auch im Vergleich zur vergangenen Saison werden manche Trainer noch so ein bisschen nicht so 100% klug gewechselt haben, wie sie es vielleicht dieses Jahr tun. Ja, oder noch nicht so mutig. Also letztes Jahr hatten wir viele Teams, die über 70, 80 Minuten an ihrer Spielidee festgehalten haben und erst dann reagiert haben und jetzt geht das schneller und das muss man ja auch Tommi Stroh zugute halten. Also ich meine, klar, Jons Dorthier und Bernstein einzuwechseln, ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre das eine Heldentat, weil wenn du solche Spielerinnen auf der Bank hast, dann musst du die auch irgendwann mal bringen. Also das ist jetzt auch klar, aber es hatte definitiv einen Effekt und in diesem Spiel hat es auch deshalb so gut funktioniert, weil ja Leipzig relativ hoch stand mit der letzten Kette, weil sie eben im Pressing kompakt bleiben wollten, um da eben auch keine großen Räume zum Auftreten und so weiter zu bieten. Das heißt, wenn du dann Spielerinnen hast, die mit ihrer Geschwindigkeit und im Fall von Jons Dorthier auch mit ihrer Vision für Pässe die Tiefe attackieren können, ja dann kommt eben das dabei raus, was wir dann gesehen haben und dann kannst du, könntest du auch argumentieren, dass 5 zu 0 dann auch ein gerechtes Ergebnis ist, weil sie sind ja viermal auf Herzog zugelaufen alleine und dann machst du halt ein paar Tore, so ist das. Ja, fair point. Nicht, dass du Tommy Stroth jetzt als Heroin des Spieltags in irgendeiner Form nominierst, ich fände, das würde ein bisschen zu weit gehen, ja, es klang jetzt so ein bisschen durch, aber, also ich habe mich selbst diese Saison ganz am Anfang, also beim Miniturnier UEFA Champions League habe ich über Nico Arnautis mehr als einmal geflucht, weil er nur zwei Auswechslungen überhaupt realisiert hat und das auch irgendwie erst in der 70. 80. Minute, wo wir genau so ein Spiel hatten, wo wir überhaupt nicht richtig reingekommen sind und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass er das offensichtlich komplett geändert hat, weil das hat gegen Jena funktioniert, da hat er durch die Einwechslung relativ früh diese Lethargie aufgebrochen, formuliere ich es mal ein bisschen drastisch und ich bin echt heilfroh, dass wir die Chance haben und das Potenzial haben, von der Bank sowas zu machen, wie es eben Wolfsburg gemacht hat. Und damit haben wir auch den dringend notwendigen Bogen zur SGE nochmal geschlagen, sehr gut. Für Raba Leipzig geht es jetzt weiter zu Hause gegen Jena und dann beim SC Freiburg, das sind die nächsten beiden Spiele für Leipzig, die haben neun Punkte, sind aktuell Tabellen Sechster und Wolfsburg hat jetzt drei ganz interessante Spiele vor sich. Die Roma auswärts am Dienstag abends schon 18.45 Uhr geht es los, der FC Bayern zu Hause und dann Olympique Lyon zu Hause, das sind die nächsten drei Gegner für Wolfsburg. Wolfsburg aktuell Tabellen Vierter mit drei Punkten Rückstand auf den dritten Tabellenplatz und fünf Punkte Rückstand sind schon auf den FC Bayern. Und jetzt fehlt noch das, was Frank gerade schon angekündigt hat, wir wollen noch geben, vergeben jeder für sich seinen MVP, seine Ansang Heroin und seinen Moment des Spieltags. Alina, wenn du magst, dann darfst du mal loslegen, wer ist denn deine MVP dieses Spieltags? Das muss ganz klar Kora Zickei sein, was sie da geleistet hat. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ihr sie auch habt, aber was sie da für Freiburg geleistet hat, das war wirklich, wirklich herausragend. Und egal, ob das jetzt Sabine Potsdam weiß, Gegner oder nicht, das war wirklich schön zu sehen und da kann man sich wirklich noch freuen, was dann von Freiburg noch kommt. Ja, jetzt müsste ich versuchen, mir spontan jemand anderen rauszusuchen, kann ich aber gar nicht, weil die so herausgeragt hat, tatsächlich auch vom Unterhaltungswert dieses Spieltages, dass ich fast nicht anders kann. Ich würde es vielleicht tatsächlich noch um Shrekira Martinez ergänzen, weil ich glaube, die zwei zusammen sind insbesondere als Sturm-Duo sehr, sehr auffällig und helfen Freiburg diese Saison sehr stark nach vorne. Ja, aber sie alleine, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat das Spiel im Grunde entschieden und hat, also alleine das 3 zu 0 war ein unfassbar schönes Tor, ehrlich gesagt. Also, Punkt. Also, ganz wunderbare Wahl liegt natürlich auf der Hand. Ich möchte trotzdem noch eine dritte Spielerin reinwerfen, denn ich kann es ja, ich möchte Pia-Sophie-Wolter nennen. Die ist für mich die MVP an beiden Enden des Feldes gewesen. Die hatte wahnsinnig viele tolle Offensivaktionen, sie klärt aber auch diesen Ball auf der Linie, da hätte es nochmal wackeln können für Eintracht Frankfurt, wenn man da direkt nach dem 1 zu 1 das 1 zu 2 kassiert. Also, Pia-Sophie-Wolter ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Ich habe sie selten so stark gesehen, wie in dieser Partie gegen Essen meine MVP dieses Spieltags. Und da, dass ich mich bei dir damit nicht unbeliebt gemacht habe, Frank, das habe ich mir schon gedacht. Du kannst wenig tun, um das zu erreichen. Insofern, wenn du eine Frankfurter Spielerin nimmst, bist du dann natürlich sowieso weit vorne, aber sehr gut. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, das würden wir beides unterschreiben. Ja, definitiv. Dann kommt die Unsung Heroin jetzt. Alina, wen würdest du da denn gerne nominieren für dich? Da ist mir jetzt kein einzelnes Spielerin eingefallen, aber ich fand, also nicht unsung, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, aber ich bin unglaublich beeindruckt von der Leistung von Jena gegen Leverkusen und auch, wie schwer Köln es den Bayern gemacht hat. Also, wenn man da die Kollektive mal wirklich nochmal hervorheben kann, wie gut die das gemacht haben, obwohl sie gegen wirklich starke Gegner angetreten sind, das war wirklich herausragend. Und gerade Köln sollte daraus aus dem Spiel wirklich sehr, sehr viel Mut in den nächsten Partien mitnehmen, sich da nicht unterkriegen zu lassen, sich einfach wirklich auf das besinnen können, was sie da geleistet haben. Also, bei mir ist es vielleicht ein bisschen schräge Wahl, aber es ist tatsächlich Fischer im Tor von Potsdam, weil erstens mal, weil sie mir unfassbar leid tut und weil sie trotzdem Schlimmeres verhindert, ehrlich gesagt. Also, die Potsdamer könnten schon noch einiges mehr kassieren, wenn die Fischer hinten nicht hätten. Also, das muss man ganz klar sagen. Ich finde, die bringt eine super Leistung auf den Platz. Sie ist halt leider alleingelassen. Ja, das muss man leider attestieren. Insofern, es geht ja um unbesungene Heldinnen und ich finde, da kann man sie schon mal nennen. Und wenn wir schon von Kollektiv reden, da muss ich mir dann halt doch irgendwie aufs Herz greifen. Die Frankfurter Auswechselbank, das waren für mich die Unsung Heroines dieses Spieltags für mich. Sehr schön, sehr schön. Dann möchte ich eine Kölnerin nominieren. Für mich hat Taylor Ziemer ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht und die haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Die hat so viele enge Zweikämpfe für sich gewonnen. Die war so gut im Anlaufen. Die hat auch in der Kraft kaum nachgelassen, zumindest so, wie es ich jetzt gesehen habe, wobei ich das Spiel jetzt nicht am Campus gesehen habe, sondern am TV mir angeguckt habe. Also, Taylor Ziemer ist stellvertretend für ein starkes Kölner Team, aber eine gewesen, die wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht hat und wo man wirklich sagen muss, aus neutraler Perspektive, schade, dass das nicht belohnt wird, irgendwie mit Punkten oder Toren oder eben mehr als nur hier so einem lausigen Award, seien wir doch mal ehrlich. Ich habe mir den Arsch aufgerissen gegen den FC Bayern und alles, was ich bekommen habe, war der Ansan Haran Award beim Rasenfunk. Ein T-Shirt machen. Ja, wirklich. Ein bisschen lang vielleicht der Spruch. Naja, musst du eine kleine Schriftgröße nehmen, dann geht das. Ja, es wird dann so immer kleiner. Naja, also Taylor Ziemer hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen den FC Bayern. Bin ich sehr gespannt, ob sie das fortsetzen kann an den weiteren Spieltagen. So, und jetzt brauchen wir noch unsere Momente des Spieltags. Alina, was war es für dich? Ja, als Bayern-Fan natürlich ganz klar, dass Tor von Clara Bühl wieder in der Campus ausgerastet ist, man selbst natürlich auch, dass dann der Knoten endlich geplatzt ist und man da den Sieg mitnehmen konnte. Aber natürlich, trotz, obwohl die Spiele vielleicht alle zäh waren und viel 1-0 war, gab es doch noch andere Momente, die wirklich hervorgestochen sind. Frank, ergänze es bitte, aber die Flugeinlage von Sophia Winkler in der zweiten Halbzeit, ich glaube, gegen Barbara Dunst den Schuss abgewehrt, also das ist mir total im Gedächtnis geblieben, da war ich richtig, richtig beeindruckt. Torhüterinnen sind eh auch immer noch, leider, zu oft uns an Heroines, aber das hat sie wirklich hervorragend gemacht, das war wirklich richtig cool zu sehen. Ja, kann ich hundertprozentig zustimmen, ich habe tatsächlich auch eine Einzelleistung und ein Tor, bei mir war es das Tor von Wilms, weil ich das unfassbar attraktiv fand, das Tor an sich, also wie die so völlig schnörkellos das Ding noch über die Abwehrspiele wenn unter die Latte trischt, man kann es ja fast anders gar nicht mehr sagen, das habe ich mir, als ich es gesehen habe, direkt aufgeschrieben und das war das erste Spiel, was ich gesehen habe und da war das bei mir schon direkt in der Verlosung. Ja, natürlich, das Tor von Bühl hat irgendwie Platz zwei gemacht, weil es auch ein entscheidendes Tor war, aber das Wilms Tor war erstens mal ein wunderschönes Tor und zum Zweiten war es ein bisschen auch der Schlossöffner in dem Spiel eben gegen Leipzig, weil die dann gezwungen waren auch mehr zu machen und auch mehr nach vorne zu machen, auch da die Ordnung verloren haben und deswegen fand ich das auch von der Situation her ein entscheidendes Tor. Absolut, also Lynn Wilms, das war ein sehr, sehr schöner Treffer. Ja, damit sind wir doch durch. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Deine Max? Ach, habe ich meinen noch gar nicht genannt? Ja, guck mal. Nicht, dass ich wüsste. Ja, danke. Sieg heißt 3 zu 0 gegen Potsdam. Ah, okay. Auch ein schönes Tor. Sie macht diesen Laufweg und da denkt man sich, so und jetzt schlenzt sie ihn hinten rein und dann schlenzt sie ihn einfach hinten rein und ich war total, oh na ja, genau so, ist ja Wahnsinn. Das ist eine gewisse Selbstbestätigung also diese Szene des Spieltags. Nein, das ist einfach nur so, man denkt sich das doch häufig quasi, wenn Spielerinnen Aktionen ausführen, so und jetzt quasi schießt ihn doch einfach in den linken Winkel, ist doch kein Problem. Einfach. Und dann macht es einfach eine Spielerin eben einfach. Deswegen, das hat mich tatsächlich vom Platz gerissen. Das war ein sehr, sehr schöner Treffer. So, jetzt aber haben wir es dann und sind mit dem Spieltag durch. Frank, ich danke dir sehr herzlich. Frank Hosenseidel, ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann, wo man dich hören kann. Danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht mit euch. Vielen lieben Dank. Ich danke dir und ich danke auch Alina Ruprecht. Kauft alle das Buch Die Zukunft des Fußballs. Alina, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Super, gerne. Danke. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Es wird in dieser Woche sehr, sehr viel im Rasenfunk veröffentlicht. Also am Dienstag erscheint eine Ligatur zur zweiten Liga der Männer. KSC und Hannover 96 sind da die Schwerpunkte. Am Donnerstag erscheint was zum VfL Bochum bei den Männern. Spieltagsanalyse ist natürlich auch erschienen. Und wichtig für diesen Feed hier für euch zu wissen ist, ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann die Sendung zum nächsten Spieltag erscheint. Denn sie wird parallel aufgezeichnet werden müssen, rein theoretisch zum Länderspiel der Männer. Sehr, sehr doofe Ansetzung. Und da ich im Stadion sein werde und dann eben zwei Sendungen habe, die ich machen muss, weiß ich noch nicht ganz, wann die Sendung dann rauskommt. Ob die am Dienstag rauskommt, ob die Montagnacht rauskommt. Tendenziell würde ich sagen, wenn ich sie moderiere, wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Dienstags. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr diesen Feed hier abonniert habt, dann verpasst ihr sowieso nichts, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann geht es in der nächsten Woche weiter und dann haben wir ja unter anderem Wolfsburg gegen Bayern hier zu besprechen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eines zu sagen, nämlich bitte unterstützt den Rasenfunk. Alles, was wir hier machen, ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Arndt, Yoshi, Kerova, Felix Jose, Mario Oehler und bei Leon Frbrr. Also vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Rasenfunk.de slash supportersclub und ansonsten hören wir uns in diesem Feed oder in einem der anderen vier Feeds vom Rasenfunk noch wieder. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.